Please hold for a very important message. Und ja, es gab Leute, die haben nach der ersten Folge zu Recht gesagt, ja, der Alex ist ja jetzt ein ganz anderer Mensch und man kann ihm ja gar nicht verübeln, dass er sich verliebt hat in eine andere Frau. Nein, nein, nein. Natürlich kann man jemandem nicht verübeln, dass er sich neu verliebt, aber es ging da ja nie drum, dass er sich für eine neue Frau entschieden hat. Es ging ja nur darum, wie er das gemacht hat. Und nur weil acht Monate vergangen sind und sich jemand überlegt, bei der neuen Show ganz anders aufzutreten, ist daraus nicht zwingend ein neuer Menschen standen. Ich will nicht sagen, dass nichts unmöglich ist. Sagt man das so? Ja. Aber hier haben wir einfach genau den gleichen Menschen vor uns stehen und sitzen. Und nur weil er in der ersten Folge ein bisschen Kontenanz hatte, hat das gar nichts zu bedeuten. Und das sieht man jetzt einfach in den nächsten Folgen, was ich so dazu sage und ob er der Einzige ist, der in meinen Augen keine Beziehung führen sollte, wirklich keine Beziehung führen sollte. Weil die Menschen an der Seite von Alex werden leiden. Die leiden einfach, solange der nicht einmal gründlich aufräumt und sich damit ja auch selber das Leben erleichtern würde, kann da keine gesunde Beziehung, keine schöne Beziehung existieren. Ja und damit meine ich jetzt nicht den guten IA, den man dann zwischendurch mal hat. Sondern es geht halt einfach eins zu eins darum, dass er ihnen juckt seine Freundin gar nicht. Also ihnen jucken seine Mitmenschen nicht. Seine Partner schon mal gar nicht. Partnerinnen, die jucken ihnen einfach gar nicht. Der schmückt sich mit denen, der hat mal gehört oder ja, wie jeder von uns hat er so mitbekommen, okay eine Beziehung haben ist vielleicht irgendwie interessant und so, sollte man haben, ist irgendwie schön, ne. Aber geht nicht. Da steht ihm einfach viel zu viel im Weg, ja. Was die Vanessa möchte oder wie es ihr geht oder so, das ist ihm noch egal. Hauptsache die Maus sieht geil aus. Sie teilt mit ihm sein Hobby. Sie geht mit ihm zum Sport und so. Er kann die schön trainieren und sich über die da irgendwie in seinem Selbstwertgefühl regulieren. Mehr findet da meiner Meinung nach nicht statt. So, das ist das Kurz und Knappe. Aber natürlich wird es da noch einige Sachen geben, die ich hier mit euch beleuchten möchte. Ja, ich freue mich, dass ihr da seid. Ich freue mich. Ich habe heute zufälligerweise nochmal in zwei alte Videos reingeguckt und damals hatte ich noch kein Mikro und irgendwie gab es so technische Geschichten, bei denen ich heute irgendwie kritischer drauf gucke. Aber ich wusste es damals nicht besser. Und ich wollte nur sagen Danke. Das kann man gar nicht oft genug sagen. Danke für eure Treue. Danke, dass so viele von euch keine stillen Zuschauer mehr sind. Danke, dass so viele von euch jeden Tag auf Abonnieren klicken. Danke, dass so viele von euch immer wieder sich die Zeit nehmen, sich meine Videos anzugucken. Danke, dass jetzt auch viele von euch gespendet haben an die Dog Care Klinik und es auch weiterhin tun. Danke, dass ihr Teil dieser Community seid und danke, dass ihr heute hier wieder mit eingeschaltet habt. Ich habe euch alle ganz, ganz doll lieb. Und falls ihr eine dieser Sachen noch nicht gemacht habt, dann würde ich euch jetzt dazu liebevoll auffordern. Ihr könnt die vollen Folgen von Sommerhaus der Stars und auch viele weitere Shows gucken auf RTL Plus. Dafür braucht ihr ein RTL Plus Premium Abo und das bekommt ihr über mich vergünstigt. Alles, was dazu benötigt wird, findest du unten in der Infobox. Und dann würde ich jetzt sagen, wir machen hier routinemäßig weiter, weil ich das, äh, was ist das? Wir machen jetzt einmal den Kommi des Tages, weil ich das ganz schön finde. Und zwar fand der statt oder wurde der gemacht unter meinem Video von gestern. Und zwar ISO 1, Folge 13 bis 16. Ich bedanke mich bei Wunderlich, Wunder dich. Danke für deinen Kommentar. Ich möchte dir von ganzem Herzen danken für deinen Kommentar. Danke, dass du Marc-Robert Lehmann einfach hier mal reinwirfst. Ich habe auch vorhin schon, ich habe noch einen Kommentar zu dem gefunden und habe mich direkt einmal auf seinen YouTube-Kanal begeben und da mal reingeluschert. Ich bin einfach dankbar für jede Person, für jede Person auf dieser Welt, die nicht so doll verdrängt und die es sich zur Aufgabe macht, etwas zu tun, um die Tiere auf dieser Welt voranzubringen, ihnen zu helfen, uns darauf aufmerksam zu machen, vielleicht nicht so wegzugucken. Ich saß gestern beim Hautarzt und habe mir eine Mode-Zeitschrift angeguckt und dann war da eine Jacke, die hat 20.000 Euro gekostet von, was war denn die Marke? Hermes. Ich glaube, es war Hermes. Hört sich ja richtig toll an, so Hermes. Eines Tages hole ich mal was von Hermes und dann habe ich es geschafft. Und dann wird da in ekelhafter Art und Weise eine Jacke angepriesen. Höchste Qualität. Was standen da? Luxuriöseste Stoffe. Reines Kalbsleder. Wo ich mir so denke, wisst ihr was? Also wissen wir, was ein Kalb ist? Ein Kalb hat noch nicht mal das Glück gehabt, irgendwie ein wenig auf dieser Erde zu verweilen. Es hätte so alt werden können, aber es wurde daraus eine Jacke. Warum Kalbsleder? Also erstens, warum überhaupt Leder? Zweitens, warum nehmen wir nicht Tiere, die vielleicht eh schon sterben? Aus Altersschwäche. Ja, also in meinen Augen müssten die jetzt nicht unbedingt begraben werden. Ich muss jetzt auch nicht begraben werden. Wenn ihr aus mir eine Lederjacke machen wollt, wenn ich irgendwann tot bin, okay, macht es. Aber so Kalbsleder. Und dann kauft sich das jemand für 20.000 Euro und denkt sich so, wow, das ist so toll. Und ich mache mich davon nicht frei. Ich habe Produkte zu Hause, die bestehen aus Leder, die bestehen aus Wolle, auch nicht besser. Und ich möchte aber umdenken. So, deswegen Dankeschön für diesen Kommentar. Jeder, der den noch nicht kennt, guckt euch das an. Danke, danke, danke. So kann das hier weitergehen. Und dann würde ich sagen, legen wir jetzt los mit der Folge 2. Hast du gut geschlafen? Nein. Scheiße. Scheiße, er weiß auch schon, was ihm blüht, ne? Wenn die Alte nicht gut geschlafen hat, dann wird er keinen guten Tag haben. Voll lecker. Das kann auch nicht. Schön, danke. Guck mal, da kann man noch so davon ausgehen, dass sich der Alex vielleicht so ein bisschen sozialisiert und Freunde findet. Hast du schon gewissen? Nee. Ihr? Jan probiert das auch, ne? Er will auch ein bisschen socialisen. Also Jan ist ja sowieso sehr da mit allen und will immer so, keine Ahnung, gut und, wie soll ich das sagen? Ja, aber so social und mit allen Connecten, da bin ich halt gar nicht der Mensch. Ja, also mag ich auch einfach gar nicht, ne? Freunde finden, etc. Finde ich einfach richtig widerlich. Da habe ich lieber meinen allen Partner, den ich immer scheiße behandeln kann, weil er eh nicht geht. Das reicht mir. Ja, danke, ne? Warum machst du der Essen, wenn ich uns nirgelt habe? Willst du mich natzen? Willst du mich eigentlich richtig natzen, sag mal? So? Warum machst du das? Wir haben jetzt Streit mit der. Ganz weit weg. Kein Bock auf die. Ja, das ist schwierig, wenn die sich jetzt schon am Tag zwei so richtig abkapseln. Ich glaube, bei allen Sendezeitgedanken und so weiter, ne? Und vielleicht denkt man am Anfang auch, ach, scheiß auf die. Ich glaube, irgendwann macht man das doch psychisch einfach nicht mehr mit, wenn man da voll der Außenseiter ist. Also jetzt mal ernsthaft, Schatz. Ja, okay, alles gut. Dann können wir noch Dreck abbrechen. Ich habe auch keinen Bock mehr dran. Boah, Schatz, bitte. Guck mal, der Stuhl. Was ich halt auch richtig krass finde, und das fällt mir beim Sommerhaus am meisten auf, die nennen sich dann ja konsequent Schatz, ne? Auch wenn die sich richtig scheiße behandeln gegenseitig, es wird immer noch Schatz dazwischen geschoben. Ab jetzt werde ich auch mit niemandem mehr reden. Sie sprechen, ja, weil wir jetzt, also, sorry, ab jetzt bringt es gar nichts mehr. Weil jetzt haben die uns alle aufgekriegt. Ja, es ist vorbei, Schatz. Weißt du, was ich meine? Jetzt können wir auch alle Versuche sein lassen. Ich schwöre es dir, er ist, glaube ich, gar nicht verkehrt. Ich glaube tatsächlich, Maurice, du bist nicht in der Lage dazu zu beurteilen, wer hier verkehrt ist und wer nicht. Weil der Spotlight liegt irgendwie ganz doll auf Alex, aber mich haben da auch ganz viele Kommentare erreicht. Und ich sehe das natürlich auch selbst. Ich weiß, wie du mit Ricarda umgehst, ist auch jenseits von gut und böse, ne? Ich weiß schon, warum ich alleine TV mache, weil ich immer von einer Person eingeschränkt werde. Aber wo schränke ich dich denn ein? Also ich finde es auch schwierig, wie sie mit Can umgeht, um ehrlich zu sein. Weil am liebsten hättest du, wenn der Junge gar nicht nachdenken würde, ne? Ich lache, ich lache doch mal, ich bin nicht so ein Mensch. Ja, darauf hängst du dich jetzt auf, weil das gut ankommt, ich lache mal feindlich ins Gesicht. Weil das gut ankommt? Ja. Was soll das schon wieder für ein Spruch, weil das gut ankommt? Willst du mir sagen, ich komme schlecht an bei den Menschen? Willst du sagen, du würdest besser ankommen als ich? Was soll der Scheiß? Habe ich einen dicken Bauch an der Seite? Sag mal. Ja, schon ein bisschen mehr als ich auf jeden Fall, ne? Ja? Oh, ganz schlimm. Sag doch einfach nein, weil sie hat keinen dicken Bauch. Und ruhe dich nicht darauf aus, dass wir keine Stimme haben, weil das kann dich von heute auf morgen sehr schnell ändern. Ja, ich glaube, das weiß sie auch. Ich glaube, das ist so ein Kommentar, den hätte er sich auch sparen können einfach. Schatz, bitte mach jetzt keinen Druck auf. Keiner macht das. Du bist hier der Einzige von allen Männern, der so Druck aufbaut gegenüber seiner Freundin. Ich will halt einfach nur, ich möchte auch gut. Schatz, das ist doch ein ganz normales Gespräch. Ich kann auch anders reden. Ja, wenn du anders redest, dann mach ich eh zu. Ich kann ja auch ganz anders, ne? Ich könnte den hier noch, diese Hand hier noch schwenken oder so, ne? Also sei mal froh, dass ich so nett mit dir umgehe. Wenn die Luft nicht mehr da ist, dann ist man an sein Maximum gegangen. Nur, ähm, ja, das Maximum sollte da eigentlich noch nie liegen, ne? Also, sondern, äh, ein bisschen weiter sein. Genau, klar, wenn jemand noch auf dem Boden liegt. Und dann sagt man dann zu mir, ich bin verbissen. Aber schau mal, wir sind hier im Sommer aus der Stars. Hör mal zu. Wir machen das mal so, wenn du irgendwann mal auf dem Boden liegst und keine Luft mehr bekommst. Das war ein großer Traum von mir und auch von dir, dass wir hier sind. Und das ist kein Kindergeburtstag. Warum? Jetzt mal ganz im Ernst. Jeder von uns weiß doch, wie das Sommerhaus so ist, ne? Und dass selbst Paare, die vielleicht ein bisschen gefestigter unterwegs sind, so an, an, an so Grenzerfahrungen geraten, ne? Warum um alles in der Welt ist es euer Traum gewesen, bei diesem schwierigen Format mitzumachen? Das ist jetzt nicht die Mini-Playback-Show oder irgendwas Schönes. Das ist das Sommerhaus der Stars, wo alle Psychosen an die Oberfläche gespült werden. Wenn du siehst, saß das hier. Ich hab gerade alles gegeben. Halt die Fresse jetzt. Ich hab alles gegeben. Da musst du sagen, gleich ist das hier. Maurice, ich habe gerade alles gegeben. Würdest du mich gerade verarschen? Lustigerweise sagen die in Folge 4 bei so einem Quiz, da werden sie gefragt, was so für sie das Wichtigste in der Beziehung sei. Und dann sagen die allen ernstes Respekt, ne? Sie sagt einfach, halt die Fresse zu ihm. Ey, seid ihr zwei Runden gegangen? Nee, einmal. Zwei mal überholt. Ich spiele zwölf Jahre Fußball, mich überholt einer, oder was? Auch ganz schwierig, ne? Also, es gibt ja Menschen, Ricarda gehört da wahrscheinlich dazu, die stehen auf solche verstörten Jungs, ne? Ich würde den angucken, wenn mein nächster Partner sowas sagen würde, so, ich spiele Fußball und mich überholt ja einer. Da würde ich so abgetörnt sein. Also, da läuft ja auch so viel schief, dass er es als so schlimm empfindet, ihn könnte jemand überholen. Das zeigt einfach, wie er sich selber sieht und das ist so, so, so. Er macht so ganz auf groß und so mit seinem Zopf und so, ne? Und hast du nicht gesehen, aber so. Bitte, Schatz. Hab versucht, sie zu schieben. Warte, Schatz, warte. Warte, Mann! Mama, dann ist sie irgendwo gegengeprallt. Warte, Mann! Halt die Fresse jetzt, komm! Ich will nicht mehr. Halt einfach deine Fresse, okay? Ihr habt mir das geschrieben, aber ich habe es schon wieder vergessen. Es gibt einen Begriff, eine Diagnose dafür, wenn du in einer TV-Show die Hauptrolle spielen möchtest. Und ich muss sagen, ich fühle das bei Valentina schon. Die möchte das wirklich. So, die schreit so, als wenn es um ihr Leben gehen würde, ne? Bitte, hilf mir, bitte. Weiter! Ich kann doch nicht mehr. Weiter! Das war so unangebracht einfach an der Situation. Anstatt zu sagen, boah, Schatz, das hast du richtig geil gemacht. Pass auf, Mann. Du trittst immer auf mich. Du trittst auf mich, Mann! Sie weiß halt, was sie sich vorstellt von einer gesunden Kommunikation. Und sie bietet diese auch immer. Sie bietet die immer dem Jahn an und deswegen erwartet sie nicht mehr im Gegenzug. Wärst du ein, zwei Mal joggen gegangen, deshalb habe ich mich am Ende ein bisschen geärgert. Also möchtest du mir jetzt ernsthaft sagen, es liegt am Joggen? Halt den Hut! Sorry, aber das ist auch, das ist sorry. Ja, also hättest du wirklich mal eine Runde um den Block, wärst du gelaufen, dann hättest du das hier auch gepackt, ja? Sorry! Ich verstehe auch, dass der gewinnen möchte, ich ja auch, aber wenn es nicht geht, dann geht es halt nicht. Weißen, was ich meine? Warum weinst du? Ja, weil ich das einfach schade halt irgendwie. Ich lasse ich mal alleine. Ach, alles gut. Nee, du brauchst dich nicht alleine zu lassen. Also die Rothaarige denkt, okay, hier ist ein Paar, das liebt sich, das respektiert sich eigentlich, da hängt vielleicht kurz der Haussägen schief, die könnten jetzt eine Aussprache gebrauchen, aber nein, das ist Fehlalarm. Warum weinst du denn jetzt? Ja, ich es einfach so krass finde, weißt du, ich habe alles gegeben, ja, und dann weißt du, bist du so gemein zu mir, ja. Habe ich dich jetzt einmal beleidigt? Nein, aber du bist so, ach komm. Ich habe dir einmal gesagt, bist du dumm oder so, habe ich dir einmal gedacht. Nein, nein, aber du bist so. Wow, ich weiß es nicht. Also, aus irgendeinem Grund verursacht er bei mir aber nicht so eine riesige Wut. Also ich weiß nicht, ich sehe den und er ist ein absoluter Autounfall. Also er ist so, habe ich einmal zu dir gesagt, du bist dumm? Nee, also, dann habe ich, dann war ich nicht gemein zu dir. So, also auch das, ne, ist absolut narzisstisches Verhalten, weil er geht überhaupt nicht auf ihre Gefühlswelt ein, ne? Also das, so läuft das nicht. Wenn sich dein Partner öffnet und vor dir weint, weil du scheiße mit ihm umgegangen bist, dann hast du darauf einzugehen. Da geht man nicht in die Abwehrhaltung. Das ist keine gesunde Kommunikation. Kannst du direkt vergessen, wenn das so ist. Weißt du, jeder hier, andere zum Beispiel, die haben jetzt auch wahrscheinlich sich geärgert, Das juckt ihn auch gar nicht. Na, hör einfach auf zu weinen, halt die Fresse. Ihr Argument, alle anderen seien anders, ist auch immer ein bisschen schwierig. So, aber sie weiß sich da, glaube ich, anders nicht rauszuhelfen. Außerdem sind alle anderen fast kein Stück besser. Aber ich merke auch nicht, dass dich das einmal stört, dass wir verloren haben. Ich merke das nicht. Boah, das ist nicht dein Ernst gerade, oder? Aber ich höre auf zu flimmen, ehrlich, ich höre es dir. Er sagt ja immer, also sorry, ne, ich will dir da jetzt nicht zu nahetreten, weil ich könnte mir vorstellen, dass er sich jetzt deswegen so aufregt, aber er sagt immer, er hätte so Löweneltern, so von den Besten wäre er großgezogen worden und so, ne? Weiß ich nicht. Also wenn das dann dabei rauskommt, das sind ja schon Sachen, die hättest du vermittelt bekommen. Wenn du Sicherheit vermittelt bekommen hättest, oder dass du gut so bist, wie du bist, dann würdest du hier nicht so, wie soll ich sagen, so hart verbissen sein und nicht so rücksichtslos mit deinen Mitmenschen umgehen, vor allem mit der dir nächsten Person, deiner Partnerin. Du weißt, du kannst halt auf Knopf drücken, auf jetzt hier. Du bist ein Blödel oder so. Boah, Maurice, bitte, komm, geh raus, bitte. Mann. Geh bitte raus. Ich möchte mal kurz halten. Geh mal bitte raus. Ja, ich geh auch jetzt nicht raus. Dem ist wahrscheinlich egal, wie es dir geht, ne? So, du willst alleine sein, weil du gerade weinst und so. Ist mir egal. Ich geh hier nicht raus. Ich bleib hier. Hör einfach auf zu flannen. So, und warum sollte man dann in dem Fall vergeben sein? Jetzt mal ganz im Ernst. Da ist doch dieser Stuhl und dieser Tisch und diese Sofalehne netter zu mir. Jan kam heute auch heute Morgen zu mir und meinte, ja, du könntest mir helfen, den ihr dann halt Alex und Vanessa wählt. Ehrlich? Excuse me? Ex-excuse me. Warte mal, wer war, guck mal, jetzt ist die Folge 2 schon ein bisschen länger her. Wer war es denn? Jan, ne? Wie kommt man in Shows rein, in denen man natürlich auffällt und das natürlich... Polarisiert. Und ich meine, die beiden wissen am besten, wie das geht, ne? Die haben es erfunden. Wie gehst du denn damit um, so? Also es geht um Valentina, wie sie so damit umgeht, wenn das Netz einfach auf sie reagiert. Weil sie ja ist schon sehr famous, ne? Gar nicht. Weil ich sehe es immer so, ne? Durch die Leute steigt ja mein Business. Dadurch steigt die Gage. Es ist einfach so. Und nahe musst du dir erarbeiten. Und alle sind so, oh mein Gott, was für ein nettes Gespräch. Sie ist so eine angenehme Gesprächspartnerin. Ich liebe sie. Hast du Instagram? Nee, also der Jan hat kein Instagram. Der benutzt nur Schüler-VZ. Da ist er eine richtig große Nummer. Ich bin kein Influencer gewesen. Er hat natürlich durch mich Follower bekommen und Fame. Der löscht Instagram, wenn wir nicht mehr zusammen sind. Alle Follower meine gewesen, durch meine Reichweite. Boah, ganz schwierig. In dem Moment würde ich sie von meinem Schoß schubsen und mit ihr Schluss machen. Also mit sowas zusammen zu sein, ne? Mit jemandem, der so eine Meinung hat, ist ja auch einfach nur widerlich. Die, das sind nicht, du hast ja deine Follower immer noch. Die sind ja nicht von dir zu ihm rübergegangen. Sondern die haben ihn dann auch aufgrund vielleicht seines geilen Aussehens. Und ich glaube, der ist auch gar nicht so verkehrt, der Junge. Haben die sich dazu entschlossen, ihm zu folgen. Verstehst du? Das sind nicht, du hast dadurch nichts verloren. Jan löscht Instagram, wenn ihr nicht mehr zusammen seid, weil es deine Follower sind. Ja. Ach so. Ja, meinst du wirklich ernst? Aber mal schön, wenn die so einen Reality-Check so vor Ort bekommen. So hast du eigentlich gerade dir selber zugehört, was für eine dumme Scheiße du gelabert hast? Weil der ist ja dann einfach Influencer durch mich. So rein theoretisch. Könnt ihr damit ja Geld verdienen. Das würdest du ihm nicht gönnen? Nö. Ich erprofitiere auch nicht von seinem Business, von seinem Job, Beruf. Das finde ich aber nicht korrekt, ja. Wie dumm auch, ne? Also wenn ich da von nichts profitiere, darf er bei mir auch von nichts profitieren. Und nimmt ihn dann aber mit in eine TV-Show, wo du erreichst, weiterbekommt und dann Influencer sein kann. Also so richtig nachgedacht hat sie jetzt nicht, ne? Aber schau mal, stell dir mal vor, du gehst jetzt hier da voll durch die Decke. Das habt ihr ja zusammengeschafft, weil ihr seid ja als Paar hier drin und nicht alleine. Ja, egal. Ich glaube, das bringt nichts. Und das wird sie auch nicht verstehen. Habe ich jetzt einen Popol in der Nase eigentlich? Sieht sich so an. Ich hoffe nicht. Ja, aber ich will keinen Mann eigentlich, der in der Öffentlichkeit steht. Wie soll man das jetzt verstehen? Schatz, warum bringst du ihn dann in die Öffentlichkeit? Warum gehst du dann mit ihm zu Too Hot to Handle? Da habe ich dich ja getroffen, ne? Hier habe ich einmal kurz auch mit ihm geredet. Warum gehst du dann mit ihm zu so Events? Warum nimmst du ihn dann mit ins Fernsehen, in die Öffentlichkeit? Aber dann dürftest du eigentlich auch nicht mit ihm hier hingehen. Ich glaube, so weit hat sie noch nicht gedacht. Das ist ja, da hatte sie einen kleinen Denkfehler, so Rechenfehler. Jeder profitiert von jedem. Naja. Wo ist das Problem, oder? Ich profitiere jetzt finanziell und sowas nicht von Jan. Ja, okay. Also, ja, schwierig. Wenn euer Partner mehr verdient, ne? Und wenn ihr euch darauf einlasst, so, weil es für beide in Ordnung ist, dann geht das nur so lange gut, bis der Besserverdiener eben so einen Spruch ablässt, ne? Und euch das spüren lässt. So, aber auch Valentina hat stark gelitten und die fühlt sich jetzt halt irgendwie erhoben, ne? Die fühlt sich jetzt besser, dadurch, dass er sie eventuell braucht und sie bekannter ist und mehr kann und keine Ahnung. Wenn der sie eines Tages überholen sollte auf Insta, und das fände ich gar nicht so verwunderlich, weil ich finde ihn echt korrekt irgendwo, ne? Der wird irgendwann, wenn der nicht mal mit dir zusammen ist, sich so denken, okay, scheiße, äh, was hab ich da nur gemacht neben der? Aber der hätte das Potenzial, richtig viele Herzen zu gewinnen. Vielleicht mal Social-Media-Pause hier beide. Ich würde euch das wirklich empfehlen. Einfach mal das Handy weglegen, ein halbes Jahr. Und gucken, ob wir wirklich zueinander gehört. Ja, safe. Die werden dann richtig glücklich. Ich will einfach nicht, dass ein Mann von mir profitiert, durch mein Business. Hm. Hm, und wie findest du das, Can? Das hört sich an nach wahrer Liebe, ne? Wenn ich von dir profitieren will... Ich bin nicht ein Mann, oder? Nein, aber wenn ich von dir profitieren will... Wenn ich ein Mann, wie... Ich bin schon weiter, mach's dann. Nee, er versucht einfach mit dir zu reden, weil was du ihm gerade entgegenbringst, ist einfach richtig unterirdisch. Er versucht dich gerade ein bisschen darüber aufzuklären, dass er dein zukünftiger Mann ist. Ich bin doch dein Mann, Schatz. Wenn ich von dir profitieren würde, durch dein Business, dann wäre das was anderes. Das ist aber nicht so. Was ist denn, ernst gerade? Boah, siehst du, das meine ich. Ja, aber es ist auch wirklich dumm. Dumm, was du gerade sagst. Sie begründet das damit, dass sie irgendwie verarscht wurde von vielen Menschen. Aber ja, dann lass es mit in Beziehung. Also ich persönlich finde, Liebe ist, wenn man halt für Menschen alles tun würde, ohne irgendwie was nehmen zu wollen. Hä, macht ja keinen Sinn. Dann würdest du ja die ganze Gage mir geben. Die ganze Gage dir geben? Warum soll er dir die ganze Gage geben? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Er ist doch auch dort am Arbeiten. Ich verstehe mich nicht. Deswegen bin ich authentisch in der Welt gefeiert. Du musst nicht irgendwelche Gespräche machen, die fake sind, um gut anzukommen. Und er schon, oder was? Und wenn du das so scheiße findest an ihm, warum bist du denn da mit ihm zusammen? Also, so und ich, ja, ich weiß ja nicht, ob sie durch die Bank weg nur gefeiert wird. Oder ob viele einfach nur einschalten, weil sie dann sehen, wie gut ihr eigenes Leben doch eigentlich ist. Ich fühle mich einfach einfach nicht verstanden vom John. Das ist aber auch, du machst es ihm auch sehr schwer. Ja, und allen anderen auch. Das ermüdet mich auch. Das ist ein ganzes Bestreiz. Ja, aber dann laber nicht so eine Scheiße. Das ist ja einfach nur eine Reaktion auf das, was du gesagt hast. Und das war echt weird. Vielleicht jetzt gerade hast du einen Tiefpunkt, aber morgen sieht es vielleicht wieder besser aus. Ja, weiß ich nicht. Also, wenn das schon so verzwickt und verkorkst ist, dann kannst du auch einen Monat warten. Und das sieht immer noch so scheiße aus. Kannst du bitte gehen? Ich möchte gerade alleine sein. Ich möchte auch alleine schlafen. Er ist auch einfach zu süß für sie. Also, John, guck mal, wenn das bei euch nicht klappt, dann melde ich einfach. Ich glaube, das ist ein ganz Süßer. So wie der da auch reinkommt. Und dann ist er so hübsch und so süß. Und dann so, okay, ich soll jetzt einfach auf dem Boden schlafen, oder was? Wo soll der Argel schlafen? Ist kein Bett mehr frei? Maurice, vielleicht könntest du ihn ja mit bei dir aufnehmen. Na, schlaf mal eine Nacht drüber. Und weinen tut gut. Wenn du weinst mit Emotionen und die müssen manchmal raus. Also, wenn ich Ricarda wäre, dann wäre ich jetzt echt ein bisschen angepieselt. Als Ricarda geweint hat, hast du gesagt, halt das Maul. Und ihr hier empfiehlst du, weiter zu weinen, weil weinen heilend sei. Also, das ist auch heilend. Aber wieso gehst du mit deiner Freundin dann nicht auch so um? Man kann es jetzt toxisch nennen, finde ich. Aber im Grunde ist es einfach ein Problem, an dem man arbeiten muss. Das ist halt, glaube ich, auch ganz lustig anzusehen. Ja, also es ist halt wirklich sehr, sehr toxisch. Und ob ihr das so aus eigener Kraft schafft, daran zu arbeiten, da werdet ihr schon ziemliche Genies. Und dann könntet ihr auch mit so psychologischer Heilung auch Geld verdienen. Da muss schon ein Profi ran. Boah, scheiße, scheiße, scheiße. Komm, Schatz. Ja, genau, Schatz. Ja, jetzt hast du auf einmal wieder groß im Mund, ne? Also, Maurice, müssen wir uns einfach einmal merken, meckert, wenn Ricarda nicht vorankommt und sie Angst hat oder überfordert ist mit irgendwelchen Challenges. Und er meckert auch, wenn er selber die Büchse voll hat. Du musst direkt hier drauf gehen. Boah, ich trau mich mal. Schatz, komm, du schaffst das. Aber guck mal, wie liebevoll sie mit ihm umgeht, wenn er Angst hat. Wie wäre er jetzt auf sie eingegangen? Er hätte sie angeschrien, beleidigt, weil er doch so gerne gewinnen möchte. Wo ist denn jetzt dein Kampfgeist? Er hat so eine Zeta 50 mal bis 1. 1, 1, 1. Nein, geh, du willst doch gewinnen, das ist doch dein Traum. 1, 1, 1. Ja, Schatz, kannst du nicht bis 20? Warte bitte jetzt, meine, das ist gerade windig. Warte mal. 1, 2, ja, Schatz, ich trau mich nicht. Warte, 1. Achso, jetzt traut er sich auf einmal nicht. Könnt ihr euch das leisten, dass du jetzt Angst hast? Ich glaube nicht. Und schneide mal eine Scheibe von deiner Freundin ab, weil guck mal bitte, wie sie mit dir in so einer Situation umgeht. Ich habe nicht Höhenangst explizit, aber ich habe Respekt vor der Höhe. Ich war noch nie so weit oben. Ja, du hast Höhenangst, du hast Angst und das darfst du auch gerne zugeben, du bist dadurch nicht weniger Mann, nicht weniger Macho, nicht weniger sonst was, sondern du hast Höhenangst und das ist absolut fein. Und wenn jemand Angst hat, dann hat man das zu respektieren. Und der Sieg ist auch nicht alles, weil du bist doch mehr als das. Warum holen wir uns Partnersachen, wenn du dir das nicht anziehst? Weil es warm ist. Oh, ich hatte gar keinen Bock mit ihr zusammen zu sein. Partnersachen. Und dann fragt sie ihn, warum er das nicht anzieht. Ja, weil er da keinen Bock drauf hat. Tick, trick und tack oder ohne Tee, ja. Lies doch die Frage, verdammt nochmal. Mann, willst du mich eigentlich komplett natzen langsam? Toms Mutter hat drei Keter. Nein, nicht so Mann, ich habe doch Angst. Jeder hört zu, das war die Frage. Also ich finde es super schwierig. Ich finde die Position, in der Jan da sitzt, sehr, sehr ansprechend. Zum Rest, weiß ich nicht, ob ich da jetzt noch was sagen muss. Sie schreit halt immer wieder. Und stellt sich da irgendwie dann als Opfer dar, aber... Tom, trick und tack, Mann! Schatz, sei einfach den Mund, ich beantworte die Frage. Tick, trick und tack. Bitte vertrau mir! Vertrauchst du mir total, ich auch! Ich glaube halt, dass da ein bisschen... Also es fing alles damit an, dass sie irgendwann mal gesagt hat, ich muss polarisieren, damit ich von dieser Scheiße leben kann. Damit fing es an. Aber dann, irgendwann hat sie diese Persönlichkeit auch wirklich angenommen. Und ich glaube, sie merkt jetzt mittlerweile gar nicht mehr, wie durch sie ist, weil es normal geworden ist für sie, so durch zu sein. Aber sie ist für den Außenstehenden im alarmierend roten Bereich. Nein, ich vertraue dir nicht. Es ist Tick. Nein, nein, nein! Ich will sonst runter. Ich schwöre auf alles. Ich bin Schluss nach dem Abbrechen sonst. Ja, okay, Tom. Du bist so ein Wichser. Ich hasse dich, ne? Okay, sie hat sich durchgesetzt. Also ich finde, sie hat einfach ihre Bedürfnisse klar mitgeteilt. Das war eine gesunde Kommunikation. Und jetzt sind sie auf einen gemeinsamen Nenner gekommen. Du bist einfach ein Arschloch. Ein Arschloch bist du wirklich. Fick dich. Das ist so liebevoll auch, ne? Einfach. Das ist so schön. Es ist so eine kleine Neckerei mit dabei. Aber im Großen und Ganzen weiß man, die beiden bilden eine Einheit. Alles ist gut. Die beiden sind da noch auf Wolke 7 und werden immer so als dieses Kontrastpaar eingeblendet. Bei den einen läuft es richtig scheiße und bei den anderen richtig gut. Aber mal gucken, wie lange das noch so gut läuft. Ich brauche ein bisschen mehr Hand. Du musst ein bisschen mit deinem langen, breiten, tollen Arm nach vorne. Ist das dein Ernst, Mann? Ist das dein Ernst? Halt jetzt die Fresse und hör auf, mich zu beleidigen. Stellt euch jetzt mal vor, ein weiteres Szenario. Ich musste gerade dran denken. Stellt euch mal bitte vor, die beiden Sätzen leben in die Welt. Wie schlimm das wäre. Stellt euch das mal bitte vor. Die kriegen ein Kind irgendwann aus Versehen oder so. Bitte, lieber Gott, bitte nicht. Bitte vermehrt euch nicht. Bitte nicht, Leute. Es wäre wirklich eine Tragödie, ja. Was ist das? Ach, Alex. Nicht zu laut Rotzen ins Gehirn. Was willst du, Kleiner? Ich rotze im Bad, wie oft ich will. Ja, du bist ein Rotzer. Du darfst, hast du mir nicht vor... Du bist ein Rotzlöffel. Guck dich da an, Kleiner Mann. Was bist du? Du bist ein Kleiner Mann. Du bist so klein. Du bist nicht mal ein Löffel. Du bist nicht mal ein Löffel. Du bist ein Kleiner Mann, der ihr hinterherläuft. Und nur das nachklappert, was sie tut, merkst du nicht. Was bist du? Ich Fremdgänger bist du. Ich Fremdgänger bist du. Okay. Also, es ist wichtig zu wissen, dass der Jan das super eklig findet. Okay. Das ist irgendwie schon drei Tage hintereinander passiert und die Schlafnummer um die Ecke. Und dann hat Jan ganz still gesagt, Alex, nicht zu laut Rotzen, wenn es geht. So, das hat er in einem stillen Ton gesagt, finde ich. Und Alex ist halt direkt auf 180 gegangen. Ist einfach so. Ich verstehe aber auch, dass Alex sich so denkt, hey, das ist das Badezimmer. Wo sonst soll ich das machen? Ja, aber es ist jetzt nicht so, dass der Jan da reingegangen ist und ihn einfach dumm angemacht hat. Empfinde ich nicht so. Fremdgänger und Lügner, ohne Ehre, ehrenlos, nein, natürlich, nein, wenn ich die Zähne putze, rutsche ich ins Bad. Ähm, aber warte mal, Fremdgänger und Lügner ist ja richtig, weil er meinte so, nein, also das, können wir das einmal kurz auseinanderdröseln? Das ist ja wirklich wahr, was die gesagt haben, dass sie natürlich direkt einmal mit dieser Sache wieder als erstes argumentieren. Denn diese Fetzerei ist natürlich für uns sehr willkommen und sehr spannend. Wie geht es jetzt weiter? Ihr habt zu viel gesagt, allen Leuten hier. Meine Fresse, ehrlich. Ach, du bist ein Fremdgänger von ganz Deutschland, Alter. Es ist ein Fakt, Vanessa, Punkt. Und du? Und du wirst auch nochmal irgendwann da deine Gehirnzellen einschalten, okay? Ja, okay, ich glaube, das haben die schon oft genug gehört. Kommt jetzt noch was Neues? Also, weil, weil wenn Valentina und Jan immer nur sagen, du Fremdgeher, dann ist es irgendwann ausgelutscht. Wir wissen, es könnte nochmal mit etwas kommen, was die beiden noch mehr verletzt, damit die richtig ausrasten. Mehr als eine Verführerin bist du nicht, Punkt. Du bist ein Fremdgeher und sie ist eine Verführerin. Ja gut. Es gibt, also ich finde, es gibt Schlimmeres, als eine Verführerin zu sein, ne? Ist das jetzt eine Beleidigung partout? Ist das schon so im Duden, dass man sagt, Verführerin ist jetzt beleidigend? Also, ich würde gerne jemanden verführen. Ich würde mich in so einer Show nicht bewerben als eine Verführerin. Punkt aus Ende. Es ist mir nicht wert, moralisch gesehen. Moralisch gesehen. Ich bitte dich. Valentina. Du rennst in jeder Show im Bikini rum und streitest dich mit Gott und der Welt und das machst du für Gagen. Und ich wette, wenn dich kein Format mehr anfragen würde, dann würdest du irgendwann auch notgedrungen Temptation Island Verführerin machen. Einfach, um weiterhin im Fernsehen zu sein. Wow. Die beiden sind empört, ne? Sowas haben sie ja noch nie gehört. Via Fremdgeher? Ich Verführerin? Sag mal, wo hat sie sich das denn rausgezogen? Das ist mir einfach zu viel, sei Dank. Können wir ja, ich kann mal mitmachen. Ach, das hat sie dann doch getroffen am Ende. Maus, ja, es tut mir leid. Alte, alte Wunden werden aufgerissen. Na, wobei, die haben auch gar nicht so viel Zeit vergehen lassen, dass die so schnell wieder ins Fernsehen gehen, ne? Hätte ich nicht erwartet. Meinte sie nicht erst noch vor kurzem, irgendwie vor einem halben Jahr, sie hatte voll die psychischen Issues und Depressionen und müsste jetzt zum Psychologen und so? Und dann was? Ist sie einen Monat später ins Sommerhaus der Stars gezogen oder was? Das habt ihr jetzt gut gemacht. Das habt ihr jetzt erreicht. Ich finde es ein bisschen lustig, wie Valentina streitet. Sie so, da habe ich gar nichts mit zu tun. Ich kann auch auf Knopfdrück weinen. Könnte ich jetzt auch machen beim nächsten Mal, wenn ihr euch anschreit. Meinst du, ich komme respektlos rein? Oder wenn die sagt, du sollst vom 10-Meter-Brett springen, dann springst du. Was laberst du? Du brauchst auch nicht ihn auf. Guck dir nachher ins Sommerhaus. Ich weiß jetzt, Entschuldigen Sie. Okay, also der Maurice wollte ein bisschen schlichten und hat dem Jan versucht zu sagen, dass er ein Schoßhündchen ist. Aber da schminkt sich ja Valentina nicht einfach so weiter, sondern die springt dann natürlich auch da rein und will mitstreiten. Aber sagen die einmal zu uns, dass eure Beziehung lächerlich ist? Komm doch jetzt mal runter. Du uns unnützig machst. Hallo! Hey! Ja, die macht unnützig. Bruder, schrei mich nicht an, was los ist hier? Du schreist mir nicht verlobt an. Ja, und komm jetzt mal runter. Sende Zeit! Sende Zeit! Also ich sage euch ganz ehrlich, ich würde keinen einzigen Tag da und aushalten. Ich wäre einer dieser Personen, die da eine dieser Personen, die da einfach rumheulen würde. Ich würde da einfach heulen, weil ich würde damit gar nicht klarkommen. Wenn so ein Maurice da so ausrastet und mich anschreit und ein Jan von der anderen Seite kommt, ich wäre, also ich bin dazu harmoniebedürftig. Und da sage ich euch. Valentina, die waren 15 Chance, Mann. Die weiß, wie der Hase langläuft. Ich weiß, ich weiß, aber ich kann ja meine Menschlichkeit nicht abstellen. Und Vanessa ist wirklich sehr, sehr menschlich. Das war sie auch schon bei Temptation Island und so. Und sie hatte ja so viel Mitgefühl für Christina. Und ich finde, gerade dann kann man die Menschlichkeit ja auch nicht einfach so abstellen, wenn die so stark vorhanden ist. Valentina und Jan. Ihr habt dabei von allen die meisten richtigen Antworten gegeben. Ihr seid somit vor der bevorstehenden Nominierung geschützt. Das ist halt Valentina, ne? Die sind jetzt aber nicht rauszuwählen. Das finde ich auch ziemlich geil, weil irgendwie bringt es noch ein bisschen spiciness in dieses ganze Geschehen. Und jetzt, liebe Leute, sind wir in der Folge 3. Mit Spaß, ich mit dir. Meine Liebe, wähl mich bitte in die Exit-Challenge. Ich schwörste, ich nehme euch so auseinander, ne? Halt den Mund. Äh, Maurice, am Ende ist das eine Exit-Challenge in der Höhe, ne? Und da bist du ja nicht so begabt drin, weißt du? Deswegen würde ich vielleicht die Fresse nicht so weit aufmachen. Aber hier, ich möchte das nicht sagen. Lass mal ein bisschen hin. Ich hab dir das nicht getan. Schatz, guck mal, ich muss auf Klo. Darf ich auf Klo, Schatz? Schatz, hör zu, ich muss kacken. Und Schatz, wenn du mich jetzt nicht hier durchlässt, dann poliere ich dir deine operierte Nase, Schatz, okay? Ich hab Durchfall. Und ich hatte nie was gegen dich, ich merkte das. Ich hatte nie was gegen dich als Mensch, wenn du ein Typ bist. Ja, wieso diese ganze Hysterie? Also, Maurice. Weiß genau, ich bin Löwe und die unterschätzen mich hier. Was für ein Löwe? Im Horus Grupp oder wo ist der Löwe? Wisst ihr, wer das auch gesagt hat? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Mike Sees. Der hat doch auch irgendwie so eine Scheiße gelabert. Was hat der sich bezeichnet? Sollen die doch mal gegen mich antreten. Sollen die doch mal mit mir eine Challenge machen. Ja, und dann? Also, bei der letzten Challenge sahst du das nicht sehr angsteinflößend aus. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich will hier nicht mitmachen, wenn ich rausfliege als erstes Pärchen. Ich wollte nie im Sommerhaus sein dann. Ich schwöre, ich wollte das immer. Er wollte schon immer im Sommerhaus sein. Das war schon, seit eh und je war das sein Traum. Er liebt dort die Einrichtung, er liebt das Essen, er liebt die Challenges in der Höhe. Er hat ja keine Höhenangst, er hat nur Respekt vor Höhe, genau. Und deswegen, er liebte das schon immer. Das war sein Lebenstraum. Und deswegen habe ich dir gesagt, reich dich die ersten Spiele auf. Und jetzt haben wir die Arschkarte, jetzt haben wir die Arschkarte. Doch. Ach, sie ist jetzt schuld, oder was? Weil sie ein Spiel verkackt hat und du auch eins, oder was? Wenn du heute ruhig geblieben wärst, wenn du dich heute nicht eingemischt hättest. Was für nicht eingemischt hättest. Mein Gott, deine Schleimerei, die bringt dir immer noch nichts mehr. Bleib leise, oder? Nein. Boah, ich weiß nicht, wie sie den anfassen kann. Jetzt mal ganz im Ernst. Ich finde den ja optisch, finde ich den gar nicht mal so verkehrt. Aber von seiner Art, dieses Hässlige, dieses von deiner Art und so. Du bist da in einem Spiel, wo Leute dich nominieren, rauswählen. Und wenn du dich jetzt mit deiner Partnerin vor allen streitest und auch mit allen streitest, dann kannst du noch so gut sein in Challenges, was du ja eh nicht bist. Und dann kannst du das nicht gewinnen. Verstehst du das eigentlich? Naja, also sie versucht ihm halt zu sagen, die Ricarda haltet seine Fresse, regt dich hier nicht auf. Die Leute gucken alle. Die werden uns nominieren, wenn wir uns nicht gut verstehen, wenn du so aggressiv bist. Und er sagt, ja, nee, ist ihm alles egal. Und sie sagt, dann wirst du rausfliegen. Und er sagt, ja, du doch auch. Und sie so, ja, ich weiß, ich auch, aber ich habe damit ein kleineres Problem als du. So, und jetzt haben wir hier den nächsten Tag. Die sitzen alle im Garten und Valentina holt sich ihre beste Freundin Claudia Umba zur Seite. Ihn muss man irgendwie verklickern, dass Alex der größte, größte Konkurrent ist, dass das ihr nicht seid. Ich gehe denen auf die Nerven, die sind Durchschnittstussel. Hauptsache Claudia Umba denkt von sich, sie sei irgendwie etwas Besseres, weil sie ihr Dasein immer ertränken muss in Alkohol. Also was ist denn an deinem Leben so lebenswert aus deiner eigenen Sicht, dass du das immer betäuben musst mit Alkohol? War so eine ganz trockene Frage. Und dieser Wichser von Maurice, wir wählen einfach den und wir müssen mit dem ein Wissensspiel machen oder irgendwas. Der weiß doch nicht, ob er auf dem Mond sitzt oder auf der Erde, oder? Ja, also ich schätze den jetzt auch nicht wirklich sehr, sehr schlau ein, muss ich sagen. Also soziale Intengenz hat der Zero und so akademische müssen wir mal gucken, weil irgendwie kursiert das Gerücht, er sei Student. Was studiert er denn? Sie machen sich ihr Essen fertig, nehmen sich dann aber auch 95 Prozent von dem Essen. Da war nur noch Haut und Knochen am Ende, da habe ich ein bisschen versucht, da abzukratzen. Ja, dass es absolut Egoisten sind und die scheißen auf die gesamte Gemeinsamkeit hier. Genau, also Alex und Vanessa, vor allem Alex ist egoistisches Verhalten ein Fremdwort. Der würde sich niemals egoistisch verhalten, niemandem gegenüber, weder seiner Partnerin, noch seiner Ex-Partnerin, noch Feinden oder Freunden gegenüber. Das ist ihm ganz wichtig. Und ja, was soll ich sagen? Also ihr habt draußen einen Teller gehabt mit einer Melone. Diese Melone hattet ihr komplett auf dem Teller, während Can und Valentina im Haus waren. Und keiner von euch hat denen irgendwie ein bisschen Melone übrig gelassen oder angeboten. Daraufhin haben Can und Valentina sich gesagt, wir bereiten uns ein Hähnchen zu und teilen das auch mit keinem. Und dann war das Geheule auf einmal riesig. Ich würde mal gern kurz was sagen. Okay. Und dann macht halt der Typ, der hier dieses Ding tätowiert hat, ich habe seinen Namen vergessen, macht jetzt eine Ansage und sagt halt so, allen im Haus wisst ihr was, ich möchte gerne allgemein etwas sagen und zwar, wenn es hier ein Hähnchen gibt, dann müssten wir das durch alle Personen hier im Haus teilen. Meine Meinung wollte ich nur einmal sagen. Okay, haben wir verstanden. Witzig, ey. Stopp, jetzt sag ich kurz was. Ich habe das Hähnchen gemacht für alle. Ich habe den Salat auch gemacht für alle. Alle können sich bedienen. Ich habe gesagt, das Hähnchen ist fertig so. Ich habe euch beim Kochen auch gesagt schon, dass das Huhn wahrscheinlich, wenn ihr es so zubereitet, nicht für alle reichen wird. Ich finde das gut, dass du es ansprichst. Aber Valentina muss auch nicht für alle kochen, beispielsweise. Ich finde, Valentina hat so eine Fresse. Wenn man mit der streitet, dann wird man richtig sauer. Aber sie ist so, ich muss jetzt auch nicht für alle kochen, beispielsweise. Nur mal so. So, der Typ in seinem Leo-Oberteil, in diesem pinken, der so irgendwie auf innere Kraft und innere Ruhe mit seiner Freundin, die auch mit anderen schlafen darf, was ihn stört, was die aber nicht beheben. Der tut halt immer so, als wenn er so richtig so bei sich wäre. Aber in meinen Augen ist da alles andere als das. Das tut mir halt wirklich leid. Ich meine, es gibt da ja auch noch andere Sachen außer des Hähnchens. So, da machst du dir halt was anderes. Ihr müsst nicht alles, was in diesem Kühlschrank ist, ihr als privilegierte Europäer, die bestimmt dort nicht einen Hungertod erleiden werden. Ihr müsst nicht jedes einzelne Ding, was da im Kühlschrank ist, durch die exakte Anzahl der Leute teilen. So, verstehe ich nicht, wie ein Mensch, der anscheinend so in seiner Mitte ist, sich wegen sowas so sehr aufhängt. Wir haben ausgeschlafen, sag ich mal. Wir lagen noch im Bett. Wie jeden Tag. Wir haben dann später. Alles gut. Ist ja unsere Sache, oder? Nee, also Alex mag das schon ganz gerne, Leute zu kontrollieren. Ihm stößt das natürlich negativ auf, dass ihr nicht so diszipliniert seid wie er und dass ihr jeden Tag lange im Bett bleibt. Ich habe hier mit Sicherheit nicht das große Festmahl gemacht für alle. Sieht man. Ja, undankbar. Sieht man. Wir haben immer gegrillt für alle. Ja gut, aber dann hast du halt für alle gegrillt. Dann streiten sie über das Frühstück, weil beim Frühstück hat jetzt auch niemand auf Can und Valentina gewartet. Dann heißt es aber, okay, Frühstück haben wir aber nie zusammen zelebriert. Ja, aber wer macht denn fest, was ihr zusammen kocht und was nicht? Also hier bin ich ganz klar Team Valentina und Can, weil ganz ehrlich, bei der Wassermelone habt ihr auch nicht penibel drauf geachtet, dass es jeder abbekommt in gleichen Stücken. Bei den Eiern scheinbar auch nicht. So, dann könnt ihr das jetzt beim Hähnchen auch nicht verlangen. Ich habe für dich gegrillt, wo du die Würstchen nicht nehmen wolltest. Habe ich darum gebeten? Habe ich um deine Würstchen gebeten? Ich habe daran gedacht, weil du Moslem bist und du nur Kalb isst. Ich habe Kalb für dich gemacht aus Respekt zu deiner Religion. Ich bin kein Moslem. Du hast es nicht gegessen. Ich bin kein Moslem. Ja, aber du isst kein Schwein. Hä? Ja und? Ich habe das respektiert. Ich esse Schwein. Okay. Warum denkt denn jetzt Alex, er sei Moslem? Also, er ist so, weil er einen türkischen Namen hat, ne? Nein, du lügner. Ich verzichte auf Schwein. Das ist ein feiner Unterschied. Ich verzichte einfach drauf. Also ich verzichte auch auf Schwein. Ich bin ja leider noch kein Veganer oder Vegetarier. Ich mache mir aber sehr, sehr starke Gedanken darüber. Aber Schwein mag ich auch nicht, weil die sind intelligent. Ich finde die auch süß. So, Kühe finde ich auch süß. Okay. Ich schweife ab. Aber auf jeden Fall. Ich esse auch kein Schwein und deswegen bin ich kein Moslem. Aber gut, das ist jetzt sekundär. Das Schlimme ist, es gibt kein Alkohol. Aber zu futtern ist doch hier genug. Also für sie zählt halt nur der Alkohol, ne? Weil ihr Leben so toll ist. Ja, deswegen braucht sie immer Alkohol. Weil alles so schön ist. Wir hungern hier doch nicht. Es geht auch nicht ums Hungern. Aber wenn da eins so ein Hähnchen ist, als hätte man noch nie ein Hähnchen gehabt in seinem Leben. Das sehe ich halt auch so. Und Sippo oder Syko oder wie der heißt, denen geht es halt einfach ums Prinzip, ne? So. Der hat sich auch einfach gedacht, ich streite jetzt einfach mal mit. Ne? Finde ich geil. Mein Gott, jetzt gibt es wesentlichere Probleme. Ich rede gerade, hallo. Nein, ihr seid auch nicht rumgegangen, wo die Molone ankam. Ey, willst du mich verarschen oder was? Nein, es reicht doch langsam mal. Was, hallo? Es reicht jetzt mal. Ich bin hier am reden und die fällt mir ins Wort. Ja, es reicht aber jetzt mal. Jetzt kümmert euch doch mal um euch selbst. Oh, Digi, ihr seid alle respektlos. Ihr feilt euch alle ins Wort. Also bei Sippo habe ich irgendwie so das Gefühl, er will hier irgendwie die Welt verändern. Und ist jetzt auf einmal empört. Digi, so läuft Sommerhaus der Stars. Wer hat da wen jemals aussprechen lassen? Kümmert euch doch einfach mal um eure Partnerschaft. Ihr seid hier, weil ihr was gewinnen wollt. Warum müsst ihr immer auf einen gehen? Reicht doch jetzt mal langsam. Mein Gott. Ja, kümmert euch mal um eure verkorksten Partnerschaften, ja? Und wenn ihr irgendwie weitergekommen seid, gebt mir ein paar Tipps, weil ich bräuchte auch welche. Ich lasse es jetzt mit dem Kochen. Ja, ich glaube, jetzt werden alle ganz schön traurig sein, weil sie hat bis jetzt immer gekocht und sie macht das jetzt nicht mehr. Ich muss mich bei Editha nicht vor die Knie werfen fürs Kochen, weil mir ihr Essen gar nicht schmeckt, ja? Ich finde das, was sie da kocht, eh ekelhaft, okay? Sie würde mich glücklicher machen mit einer Flasche Wein. Du, ganz ehrlich, deren Essen schmeckt, wie sie aussieht. Die Alte weiß wahrscheinlich selber, wie Panne sie aussieht. Oh, oh mein Gott. Sie ist halt auch so, ich finde es nicht cool. Ich finde es auch nicht lustig. Und ich finde es eigentlich ziemlich gut, dass der Claudia jetzt hier einmal so ein bisschen die Schranken gezeigt werden, weil alle Leute, die sie jetzt in den nächsten zehn Minuten angeht, die wehren sich einmal richtig gegen sie. Und das ist auch richtig unwichtig. Claudia, stopp, komm zurück, zurück, zurück. Wie sehe ich denn aus für dich? Erzähl doch mal bitte, meine Süße, wie sehe ich für dich aus? Ich habe das denen gesagt, ich habe es nicht dir gesagt. Hey, Schatz, misch dich doch da nicht ein. Ich habe denen gesagt, wie Panne du aussiehst, aber ich habe es ja nicht dir gesagt. Also warum würdest du jetzt mit mir darüber reden? Was meinst du mit meinem Aussehen? Dass es nicht mein Geschmack ist. Ja, aber es hat sich auch keiner gefragt. Also dich hat ja keiner gefragt, ob ihr Aussehen dein Geschmack ist. Ich habe eine Aussage mit meinem Aussehen. Ich trage Regenbogenfarben. Ja, und aus diesem Grund hast du es zu mögen. Verstehst du? Regenbogenfarben, verstehst du? Also ich bin ein Regenbogen. Ich weiß nicht, ob das jetzt alles hier nur noch Schauspiel ist, dass jetzt jeder hier nochmal kurz den Vorhang öffnen will und hier mal jeden... Ja, dann öffne doch mal den Vorhang, du langweilige Zuhörer. Also es geht gar nicht, ne? Aber ich, also ich habe bei der Claudia halt manchmal das Gefühl, also guck mal, mein Papa ist ja Altenpfleger. Und ich weiß noch, dass ich einmal als Kind ihn besucht habe. Und dann liefen da so Menschen rum, ältere Menschen wie Claudia Obert und die haben Sachen durch die Gegend geschrien. Ich weiß langsam nicht, ob sie vielleicht auch durch den ganzen Alkoholkonsum ein Stadium erreicht hat, in dem man sich Sorgen machen müsste. Weil, was war das denn jetzt? Ich habe hier Respekt, wenn du eine ältere Frau bist. Ich habe dich nicht einmal angeschrien. Okay, und jetzt fängt es an. Jetzt erzählt sie ja erstmal, was sie so davon hält, dass sie jetzt gerade als dumme Kuh, oder was hat sie gesagt? Fette Kuh, dumme Kuh, äh, betitelt wurde. Denk einfach mal drüber nach, wie du mit Menschen umgehst. Ist mir egal, wer du bist, okay? Und jetzt habe ich die Schnauze voll und schrei mich nicht nochmal an, weil ich bin hier nicht dein Kasper. Und lieber langweilig als so. Ich kann es hundertprozentig verstehen. Ich finde es auch richtig nice, dass sie einmal so eine Ansage macht, ehrlich. Und da waren diese psychosomatische Klinik hier, diese ganzen Befindlichkeiten. Da hat sie gar kein Verständnis für. Die Rothärige ist halt einfach am Ende. Die erträgt das nicht mehr. Ich wäre sie, wenn ich dort drin wäre. Was hat die da hinten wieder, die hat ihre Tage, ja. Oh mein Gott. Claudia. Aber wieso betreten Leute eigentlich noch? Hat Claudia Obert Fans? Das muss mir halt auch einmal einer erklären. Hat die richtig Fans? Warum ist sie in jedem Format? Und wer geht in ihre Läden und unterstützt diese Frau? Was ist dein scheiß Problem? Ernsthaft, wir beide hatten bis gerade kein Thema. Und wenn ich gerade meine Ruhe haben will, dann lass es mir doch einfach. Ja, ich kann sie halt verstehen. So, weil was um alles in der Welt hast du jetzt für ein Problem mit mir? Lass mich doch einfach heulen. Ich bin eher am Boden. Was hört ihr überhaupt bei Sachen zu und lauscht? Wenn du, wenn ich hier sitze und du so laut redest. Was hört ihr überhaupt bei Sachen zu und lauscht? Süße, du hast gerade über sie geredet. Sie hat es gehört und sie setzt sich zu Wehr. Ja, ich kann nur hoffen, dass Claudia das wirklich ironisch meint. So eine alte, verbitterte Frau, sorry. Sie hat seit zwölf Stunden keinen Alkohol mehr. Guck mal, jetzt muss sie austeilen. Sie zittert schon. Das könnte halt wirklich ein Thema sein, ne? Dass sie da einfach ein bisschen durstig war und sich so dachte, ich drehe hier jetzt am Rad. Das geht hier noch 20 Jahre weiter. Und guck mal, das ist jetzt erst am Anfang. Das ist wirklich erst am Anfang, Schatz. Was haben wir uns hier angetan? Warum laufen deine Songs nicht besser? Warum können wir nicht davon leben? Und es tut mir echt leid, wenn man so weit gekommen ist, dass man über alles drüber geht, nur um Fame, um Content. Ich lerne hier Worte, die werde ich hoffentlich direkt nach dem Auszug wieder vergessen. Das ist aber auch wichtig. Das ist ein wichtiger Wortschatz. Function over Design. Wir müssen funktionieren und nicht hübsch aussehen. Das hier kein Model kommt. Das ist so. Du weißt aber schon, dass du ihr Partner bist und dass ihr euch auf einer Ebene zu begegnen habt. Auf Augenhöhe nämlich. Und dass du jetzt nicht der Vater bist, der jetzt hier von außen irgendwelche Kommentare abgeben sollte, wann sie sich zu schminken hat und was nicht. Weißt du schon, ne? Sie ist eine Frau mit eigenem Willen. Und du kannst es ihr als Tipp geben oder sie fragen, ob sie sich jetzt gerne zum Frühstückstisch begeben möchte. Aber wenn sie das nicht möchte, weil sie noch Zeit braucht, hast du deine Fresse zu halten und deinen eigenen Scheiß zu machen. Es gibt gleich ein Spiel. Das ist unsere letzte Chance. Wir haben nicht viele Freunde in dem Haus. Ja. Willst du jetzt den Kameramann auch davon überzeugen, dass deine Vorgehensweise die richtige ist? Wenn sie nicht möchte, dann möchte sie nicht. Kommst du, Baby? Ich muss schon mal frühstücken. Ja, ist doch alles gut. Lieber essen als schminken. Das ist wichtiger. Baby, wir haben bestimmt noch Zeit. Wir haben... Wer sagt das denn jetzt? Das lieber essen als schminken. Wenn sie sagt, lieber schminken und essen, beides, weil ich kriege beides hin, dann hast du, sie in Ruhe zu lassen. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Letzten Endes eigentlich immer nur darum geht, für ihn zu funktionieren, wie er es sich vorstellt. Und das ist, was mich stört. Aber das sieht er nicht. Ja, aber wenn es immer so ist, Schatz, warum bist du da noch an seiner Seite? Weil das wird sich ja nicht ändern. Und das ist ja auch eine Erfahrung, die Christine an seiner Seite gemacht hat. Wenn er sagt, du hast jetzt leise zu sein, soll ich leise sein? Wenn er sagt, du hast jetzt zu essen, soll ich essen? Wenn ich immer sage, nee, gib mir noch fünf Minuten. Ich habe nicht gesagt, du hast zu essen. Ich habe gesagt, lass uns bitte essen. Und das ist einfach, was mich dann manchmal ein bisschen stört. Genau, Alex, da brauchst du auch deinen Fischmund nicht so zu spitzen. Du hast es vielleicht einmal gesagt, sie hat nein gesagt, aber dann bist du noch zwei weitere Male gekommen. Und das ist einfach unnötig, grenzüberschreitend und nervfähig. Komm jetzt bitte. Warum musst du das so sagen? Ich habe sie gerade gesagt, warum? Ja, aber ich bin doch gleich fertig. Dann brauchst du mal. Kein Stress. Auf der Küchentheke ist dein Essen in der Ecke. Aber schon so enttäuscht, so, was du machst, ist so dumm. Ja, Tochter, ne? Oh Gott, ich habe es jetzt dreimal gesagt, warum es Sinn macht, jetzt sofort aufzuhören mit der einen Augenbraue. Die andere lässt du einfach nicht gemalt. Aber du willst es einfach nicht verstehen, du Dumme. Wenn ich dreimal reingehe und ich dreimal nicht bitte und nichts passiert, dann nervt das. Klar, dann fühle ich mich so ausgesetzt und stehen gelassen. Ja, also ausgesetzt fühlst du dich eh, deswegen bist du so, wie du bist, ne? So, mit diesen Muskeln und diesem Geltungsdrang und dieser Resistenz, dass du überhaupt nichts annimmst, was man dir wirklich als Feedback gibt. Und hört sich doch schon wieder an wie Fadaslatko, ne? Also wenn ich dreimal komme und sie bitte abends doch die Zähne putzen zu gehen, bevor sie ins Bett geht und ich ihr ein Märchenbuch vorlese und sie dreimal nicht kommt, dann fühle ich mich nicht als Elternteil wahrgenommen. Was ist denn los, Baby? Ich will einfach meine Ruhe mal ein bisschen haben. Die Stimmung muss jetzt nach oben, wir müssen heute liefern. Ich mag es nicht, wenn man die ganze Zeit auf mich einredet. Ja, ja, aber er weiß ganz genau, wann was gemacht werden muss. Jetzt muss die Stimmung nach oben, Schatz. Verstehst du, Baby? Halt jetzt also deine Fresse, hör auf zu schmollen und mach, was ich sage. Kinderkacke. Ach, Kinderkacke. Jetzt ist er auch noch der Ältere, ne? Der hat ganz viele Lebenserfahrung, der kann ihr auch mal richtig zeigen, wo lang es geht, weil er hat den Durchblick. Man sollte sich auf die bevorstehende Challenge fokussieren, weil das ist unsere letzte Chance, uns zu helfen und jetzt nicht die Energie in Schmollen und in Diskutieren investieren. Ja, also ich habe ihr jetzt das Taschengeld gestrichen und jetzt schmollt sie. Aber ich weiß natürlich besser, wo sie ihre Energie rein investieren sollte und zwar nicht in Schmollen, weil sonst gibt es nächsten Monat auch kein Taschengeld. Diese zickige Art, Alter, hat die mir so auf den Sack. Na, die zickt richtig rum, ne? Die macht halt nicht, was du möchtest. Warte doch. Wartest du immer noch nicht? Doch, guck mal. Ja, ehrlicherweise würde ich auch nicht auf dich warten. Der Drops ist jetzt gelutscht. Ja, sie hat keinen Bock auf dich. Wir müssen hier diese Chance nutzen. Feiern, Punkt. Warum denn? Deine Kurse laufen doch richtig gut. Du hast doch so ausverkaufte Seminare, wo du den Menschen beibringst, wie sie bessere Menschen werden, erfolgreich werden, so wie du. Nichts anderes ist wichtiger. Ich muss hier gar nichts. Und wenn du so mit mir umgehst, werde ich auch hier gar nichts tun. Reiß dich in solchen Momenten einfach mal zusammen. Jetzt gehst du emotional. Nee, weil es mich ankotzt, wie du jetzt hier meinst, hier den hier zu machen und den hier zu machen und den hier. Lass es einfach. Lass es einfach. Du drehst gerade am Rad. Das, was du gerade von dir gibst, ist totaler Bullshit. Das ist Gaslighting, liebe Leute. Das ist Gaslighting. Alles, was er mit ihr die ganze Zeit macht, ist Gaslighting. Er nimmt ihre Gefühle nicht ernst. Er versucht ihr für alles die Schuld zu geben, damit sie sogar anfängt daran zu zweifeln, dass ihre Enttäuschung, ihre Wut eventuell nicht berechtigt sein könnten, obwohl sie es alle sind. Er geht null auf ihre Gefühle ein. Siehst du? Nein, weil du sie da fantasierst. Jetzt kommt es. Jetzt werde ich emotional. Jetzt kommt es. Ach, jetzt fantasiert sie. Das sind genau diese Worte. Sie fantasiert, sie übertreibt, sie ist zu jung, sie hört nicht, sie sieht nicht, was richtig ist. Guck mal, Alex, wenn du so eine Mission hast auf dieser Erde, dann werde doch einfach hier Pfleger. Wobei, dann tun mir die Leute, die von ihm gepflegt werden, auch wiederum leid. Aber du hast dir doch eine selbstständige, erwachsene Frau, ein Individuum geangelt. Dann lass sie doch auch als solches agieren. Man muss lernen, seine Emotionen auch zu kontrollieren. Vor allem, wenn man so einem Druck ausgesetzt ist. Genau, und das weiß keiner besser als er. In der nächsten Folge versucht er, so ein Bett zu zerquetschen und tritt gegen ein Gartenmöbelstück, weil er gelernt hat, seine Emotionen zu kontrollieren. Es ist so. Es ist eine Ausnahmesituation. Ja, und wer macht mir am meisten Druck? Du. Nein, du dir selber. Nee. Nein, du dir selber. Das ärgst mich. Ich mach dir keinen Druck. Ach, findest du, ich mach dir Druck, wenn ich dreimal ins Bad platze und dir sage, was du zu tun hast? Ich mach dir Druck, Schatz. Nein, das machst du dir selber, weil du bist verrückt. Ich kann das, wenn ich hier gerade so sitze, ne? Ja, dann reagiere ich dich ab. Na, dann ist wieder dein Problem. Also er schiebt das alles so zu ihr. Du bist das Problem. Du bist nicht richtig. Du bist zu emotional. Du bist zu jung. Du bist zu dies. Du bist zu das. Alles nichts mit mir zu tun. Ich bin perfekt. Das fing alles mit dem Frühstück an. Banal. Ja, nee, es war nicht banal, sondern es war berechtigterweise provozierend für sie. Verstehst du? Weil du ihre Grenzen nicht gewahrt hast. Das ist nicht banal. Aber du hast es halt einfach von Anfang an bis jetzt nicht ernst genommen. Versteht ihr euch gerade nicht? Ja, ich weiß nicht. Wenn man halt die ganze Zeit mir immer so einen Druck macht und ja, wir müssen jetzt, wir müssen jetzt, dann finde ich dann halt manchmal einfach ein bisschen schwierig. Ja, es ist auch absolut schwierig. Und das solltest du jetzt nicht in einem Tag vergessen haben und weiter eventuell mit ihm zusammengeblieben sein, weil das wäre wirklich dumm. Das ist so eine Sache, wo ich mir denke, geht's? Kann ich nicht selber entscheiden, wenn ich zu früh stücke? Doch, kannst du. Junge, regt die mich auf, ey. Das ist ja Respektlosigkeit, ey. Junge, regt mich die auf, ey. Was habe ich für eine Tochter großgezogen? So eine Göre. Er sagt ja auch Göre und so, ne? Es ist so richtig, als hätte er im vorigen Leben eine Tochter gehabt und würde die jetzt in diesem Leben suchen. Aber er wird sich die immer als Frau angeln. Er will eigentlich eine Tochter haben. Diese unerzogene Göre. Solange die ihre Füße noch unter meinem Tisch hat, ne? Was ist das für eine Respektlosigkeit? Junge, Junge, Junge vor dem Heiligen Vater. Gut. Warum stehen wir jetzt hier? Wirst du nicht das so uns behalten, wie die das sich wünscht? Verstehst du, was ich meine? Herrlich. Die haben damit nichts zu tun, wie wir miteinander umgehen. Unterbewusst freuen die sich. Die freuen sich natürlich, wenn die die Sprecher schon sehen. Ja, aber dann benimm dich doch vernünftig. Genau. Also, warum erwähnt er die ganze Zeit Valentina? So, wenn du doch weißt, dass Valentina sich freuen könnte, dass bei euch beiden der Haussegen schief hängt, warum benimmst du dich dann daneben? Dann benimm dich doch normal. Was hat sie denn jetzt damit zu tun, wie ihr miteinander seid? Kümmer, und das muss dir eine Frau sagen, die zehn Jahre jünger ist als du. Kommen wir mal auf beide an. Ja. Nicht ich. Dann hört doch aber aus, immer von anderen zu sprechen, denn wir streiten. Da hat gerade keiner was mitzutun. Die ist halt einfach ziemlich gut, ne? Also, die hat richtig viel Potenzial, sage ich euch. Lass uns einfach funktionieren, okay? Mehr nicht. Okay, das war ein gutes Gespräch. Du brauchst jetzt noch nicht gehen, wir können noch weiterreden. Mich nervt einfach, wie wir miteinander umgehen. Das fuckt mich halt ab. Gut, mich doch auch. Bin ich auch nicht gerade vorbildlich. Ja, so, aber du gehst ja nicht gut mit ihr um. Also, es fuckt mich ab. Ja, dann ändere was, sagt er zu ihr. Du bist jetzt dran, Vanessa. Du änderst jetzt was. Und das würde für ihn bedeuten, dass sie Ja und Amen sagt. Aber, dass er mal was ändert, da denkt er gar nicht dran, ne? Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass das noch lange hält. Nee, also auf gar keinen Fall. Und sie ist auf jeden Fall eine Beziehungsexpertin. Ich meine, sie führt eine vorbildliche, liebevolle Beziehung. Und sie weiß, wenn da was schiefläuft. Das ist doch keine wahre Liebe. Das ist keine wahre Liebe, ne? Das ist bei weitem nicht so eine wahre Liebe wie die zwischen dir und Jan. Nein, da hast du absolut recht. Jetzt kannst du von da aus zwei Handbreiten nach hinten gehen. Weg von hier. Ich bodo schon. Hab ich doch. Warum bohrst du denn? Ja, Alex, wenn du mir nicht zuhörst, wird das hier gar nichts. Wer von euch hat auch ein Throwback? Ein Déjà-vu? An die Couple Challenge? Weil da ging er doch genauso liebevoll um mit seiner Ex-Partnerin. Er ist und bleibt einfach der Gleiche. Und warum? Weil er niemals eingesehen hat, dass er ein Problem hat. Und das ist das Problem. Ja, das ist dein Macker. Für den hast du dich vor ganz Deutschland zum Affen gemacht und dir die ganzen Hate-Kommentare verdient. Wegen dem. Und das wird niemals besser. Das wird für immer so bleiben. Das ist, also er ist in meinen Augen wirklich ein verlorener Fall. Da ist so viel schiefgelaufen. Vor allem auch so mit Balkanerziehung und so weiter. Ich will gar nicht wissen, was die ihm seine Eltern alles eingetrichtert haben, woran der glaubt und so. Also, nee. Weiter, 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 weiter. Ja, scheiße, ein kleines Stück weiter nach. Was ist ein kleines Stück? Präzise Angaben. Weil er auch in der Lage wäre, die zu verstehen natürlich. Zwei Zentimeter weiter. Schon wieder zwei. Hör auf mich anzuschauen. Meine Fresse, Alter. Das ist halt so sein wahres Wesen. Was soll ich sagen? In solchen Situationen kommt es halt leider zum Vorschein. Da kannst du noch so viel Kontenanz üben und so weiter. Und noch so viele Storys am Steuer aufnehmen, was ohnehin nicht gut ist. Das wird es nicht vertreiben. Ja, also ich habe jetzt ein paar Sequenzen nachträglich noch rausgeschnitten, weil es geht einfach nur darum, dass er die ganze Zeit schreit. So als hätte sie jetzt ein Lineal und könnte ihm genau ausmessen, wie viel er sich um wie viel Grad nach wo bewegen soll. Und das Letzte, worauf er sich jetzt aufhängt, ist jetzt irgendwie, dass sie nicht wüsste, was eine Handbreite ist. Du hast ein 1,8er Abi, du musst wissen, was eine Handbreite ist. Hat das eine das mit dem anderen zu tun? Ja, du hast Geometrie in der Schule. Richtig. Warum sind die ganzen Leute, die das Abi nicht haben, irgendwie in Ausbildung und sind Handwerker und die, die ein Abi haben, sitzen irgendwo in Büros und können sonst nichts? Nicht diskutieren, Baby. Akzeptieren. Nein, 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 mein Schatz. Also warte mal ganz kurz. Wenn ihr einer die Fresse halten sollte und nicht mehr diskutieren sollte, dann bist du das. Weil sie hat ja einmal so, weißt du, sie hat so, guck mal so, so, so. So hat sie dir gerade gegeben. Und das kam wie aus der Hüfte geschossen. Sie hat dir einfach so gegeben, Schachmatt. Sie hat dir einen Grund gegeben, einfach für immer die Fresse zu halten. Aber nein, selbst dann sieht er es nicht ein. Habt ihr eure Handflächen ausgemessen in Geometrie im Abitur? Und woher weißt du überhaupt, wie sich ein Abitur anfühlt? Boah, wenn irgendwer anders das Spiel gewinnt, dann kotzt mich das richtig an, ne? Haben die Muskeln alle nichts gebracht. Dann kriegst du danach nicht mehr zum Fitness. Nein, 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 du kannst ihm seine Muskeln nicht wegnehmen. Weil seine Muskeln sind das Einzige, warum er so ein leichtes Gefühl davon hat. Er hat ein Selbstwertgefühl. Stell dir mal vor, er hätte keine Muskeln mehr. Dann würde er im Spiegel sehen, was für ein Loser er ist. Ja, ein anderer tut sich auch ziemlich schwer. Der hat es jetzt aufgegeben. Der hat so eine Kämpferkultur, weil er sich das ja seit einer Geburt wünscht, beim Sommerhaus mitzumachen, dass er jetzt so sitzt wie ein Sack Kartoffeln. Warum bin ich so doof? Warum bin ich so doof? Und das ist aber die Zeit, die denen flöten geht. Also Ricarda versucht ihn weiterhin noch aufzumuntern und zu sagen, mach und mach. Und er setzt sich einfach hin, weil er das wirklich unbedingt möchte, weil er ein Löwe ist und weil er ein Kämpferherz hat. Siehst du das? Muss das sein, Alter. Siehst du das? Ja, sehe ich. Das schweiß. Alles schweiß. Ich habe einen sitzen, weil ich da oben so viel Sekt getrunken habe, dass ich das ja alles irgendwie mental durchstehe. Sekt? Ja. Wieso trinkst du Sekt? Weil ich hier klarkommen muss irgendwie. Dann trinkst du Sekt. Ich acker mich ja kaputt und du trinkst Sekt. Ja, was hätte sie denn machen sollen? Stattdessen. Jetzt mal ganz im Ernst. Was hätte dir denn geholfen? Also er ist wirklich wie so ein Vater, ne? Er ist wirklich wie so ein Vater. Er ist so grenzüberschreitend. Du trinkst Sekt. Ja, verdammt nochmal. Ich bin 23 und wenn ich das Gefühl habe, ich möchte jetzt Sekt trinken, weil er mir da hingestellt wurde, dann werde ich den trinken. Und dann erwarte ich von dir, dass du das nicht kommentierst. Schatz. 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 Ich habe mich mega. Ich habe mich mega. Ich habe, ich habe, ich habe, weiß ich nicht. Es ging einfach nicht. Alain, fass mich nicht an. Was kann sie denn jetzt dafür, dass du wieder abgelost hast? Verstehst du? Ja, die beiden haben ganz gut abgeschnitten. Die waren auch sehr, sehr liebevoll zueinander. Muss man wirklich sagen. Kann man nicht anders sagen. Also so eins der Paare, wo wirklich Liebe, Respekt und Humor und so eine Leichtigkeit ist. Auch in Extremsituationen. Maurice ist fix und fertig. Der ist nicht selbstbewusst für dieses Spiel hier. Der ist nicht selbstbewusst fürs ganze Leben. Also so, das hat jetzt nichts, nicht nur was mit diesem Spiel zu tun. Der hat, da sind ganz, ganz viele Defizite. Das sieht ein Blinder mit Rückstock. So, Nominierungen sind ja bekanntlich immer umschön. Mach das doch schneller. Lass mich doch mal ausreden. Lass mich doch mal ausreden. Ja, Alex hat, also verliert jetzt seine Hülle. Der benimmt sich Vanessa gegenüber. Scheiße, allen anderen dort auch. Also das, was er da am ersten Tag probiert hat, war so richtig so, der hat sich das bestimmt ganz lange vorgenommen. Ich lass mich nicht provozieren. Ich zeige einfach eine Seite von mir, so wie ich gerne wäre, aber so wie ich natürlich kein Stück bin. Schrei mich einfach nicht auf. Alex, aber wirklich bitte, komm. Bitte. Alex, weißt du, das macht man halt einfach nicht, verstehst du? Wenn du einen deiner teuren und niveauvollen Vorträge vor ganzen Schulen hältst, um die Jugend zu retten, dann möchtest du doch auch nicht, dass man dir ins Wort fällt. Ich finde einfach Fernsehikone hin oder her. Wir leben hier vom Respekt, von Toleranz. Ja, das ist so. Und Maurice lebt das ja auch wirklich. Also die Beziehung, das Fundament seiner Beziehung zu Riccardo besteht aus Toleranz und Respekt. So blöd kann man gar nicht sein, dass man nicht merkt, dass ich in einer ganz anderen Liga spiele wie die. Nee, Schatz. Das ist leider nicht so. Und das weißt du auch selber. Und deswegen benimmst du dich auch so. Also du hast gar nicht das Gefühl, innerlich und aufrichtig, du würdest in einer besonderen Liga spielen. Sondern du bemitleidest dich selbst ganz, ganz doll. Und nur deswegen, alles, alles. So, und ja, sie hat die meisten Stimmen bekommen und muss sich leider verpieseln. Na, Alex. Ja, komm, jetzt will ich den nächsten Streitprojekt. Renn weg, versteck dich so. Guck mal, Alex. Schau mal, wenn du Mittelfinger zeigst, wo du safe bist, zeigt das dein Charakter. Und dein Charakter ist falsch. Also ihr könnt euch eigentlich immer eins in seine Ohren schreiben. Alles, womit Alex andere immer beleidigt ist. Man sieht jetzt sein wahres Gesicht und man sieht jetzt seinen wahren Charakter. Und das sind die Sachen, die er bei sich selber am schlimmsten findet. Weil sonst würde er sie anderen nicht vorwerfen. Versteht ihr? Du bist bekannt für Trouble. Wofür bist du bekannt? Für Fremdgehen. Ich für Trouble. Für Fremdgehen. Weil du ein Fremdgeher bist. Ich will auch gar nicht. Butler von der Trouble-Mechs. Okay, ich bin der Butler. Ich bin der Butler. Ich bin der Butler. Was ist denn schlecht an Butler? So, auch das ist so ein Ding. Deswegen erhebt er sich ja auch so über Vanessa. Weil er das Gefühl hat, er müsste der Mächtigere sein. Ja, dann ist er halt, ihr Butler. Ich finde, Jan reagiert da voll gut drauf. Also ja, dann bin ich halt, ihr Butler. Ich will auch keinen Fame. Ich bin hier einfach nur, um meine Frau zu unterstützen. Fertig. Und? Bin ich als weniger Mann deswegen? Also sowas unterbelichtet ist wie dich. Das habe ich noch nie erlebt. Du bist das... Ja, ist gut. Der kleinste Wurm auf dieser Welt. Ehrlich. Genau. Und als diesen sieht er sich auch selbst. Das muss man halt leider ganz ehrlich sagen und unterbelichtet. Ja, also da sprach jetzt ein Akademiker. Der Alex, der ist ja was ist, der Bauingenieur. Und das lief da so gut, dass er jetzt halt hier unbedingt die 50.000 Euro gewinnen muss. Sorry, der Typ ist ein absoluter Loser. Ja, und das weiß er auch selbst. Sonst würde er auch nicht immer so vom Spiegel stehen und den hier machen und so. Also ich bitte euch. Also jegliche Beleidigung, die ich jetzt hier nicht nenne, würde auf den zutreffen. Das würde ich jetzt aber auch vermuten. Er hat ja wirklich null Argumente und hat nur mit seinem Körper gearbeitet. Ist so auf Valentina losgegangen. Ist sogar einen Schritt auf sie zugegangen. Auf eine Frau. Also sorry, was bist du für ein Mann. Ja, der geht auf jeden so zu. Weil das ist so, wenn er am Ende mit seinem Latein ist, ist das alles, was ihm bleibt. Schreien, er möchte ja gehört werden. Deswegen schreit er auch Vanessa später an. Weil er meint, sonst würde sie ihn nicht verstehen. Hat sie das hier? Ja, ja, wir müssen noch fremdgehen. Fremdgehen hat sie gesagt. Fremdgehen hat sie gesagt oder er. Wir sind uns nicht fremdgegangen. Lustigerweise sagt Vanessa in einem Quiz in der nächsten Folge, wo Fremdgehen für sie anfängt. Also bleibt dran, um euch das nochmal reinzuziehen. Dein Fokus auf uns als Paar, als Team, auf den Sieg geht hier verloren. Nein, das ist nicht so falsch. Das siehst du leider wieder falsch. Wir alles andere auch, du dummes Ding, ey. Es geht seit Tagen nur um diese Valentina-Geschichte. Jedes Gespräch auch draußen ist auch nur die Valentina. Hör mal zu, ich will dich schützen. Boah, glaubst du, man sieht das gerade, ich will dich schützen. Ich will dich schützen. Heftig, du hast mich gerade gekniffen, du kleiner Loser. Meinst du, das sieht man nicht? Warum musst du jetzt körperliche Gewalt anwenden? Weil ich dir nicht nach dem Mund rede? Muss ich mich hier kneifen lassen. Ja, mach zu, ich will dich doch schützen. Warum, 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 warum drehst du? Allein schon schützen, sie ist, ich wiederhole es nochmal, sie ist ein eigenständiger Mensch. Du bist ihr mit nichts überlegen. Mit nichts. In keinerlei Hinsicht bist du ihr irgendwie überlegen. Verstehst du? Und deswegen, was machst du dir an, ihr zu sagen, du müsstest sie beschützen, indem du sie kneifst? Warum bist du gegen mich? Ich will dich beschützen. Guck mal, das ist halt in einer Beziehung so, dass man nicht immer gleich an Meinungen ist. Bist du jetzt irgendwie Gott oder so, dass sie dich anbeten muss, dass sie dich bedingungslos in allem befürworten muss? Nein, bist du nicht. Du bist ihr Partner und sie darf auch Sachen an dir auszusetzen haben und eine andere Meinung haben. Und dann ist deine gesunde Reaktion keineswegs, dass du sie kneifst und das kaschierst hinter, ich will dich beschützen. Also halt die Fresse. Wenn du das dir später angucken kannst, wirklich, und sagst, boah, bin ich stolz, wie ich da mit meiner Freundin umgehe, dann mach das. Mal schauen, ob ich an dem Zeitpunkt noch an deiner Seite bin. Nein, das meine ich ernst. Ekeler von dir, wie du mich gerade versuchst, in einem Licht darzustellen, das ist richtig erbärmlich. Ja, richtig erbärmlich, ja. Und das... Also warte mal, ganz kurz, Schatz. Wenn er sich Temptation Island danach noch angucken konnte und da selbstgefällig mit dir sitzen konnte und sagen konnte, ja, das war ich und darauf bin ich stolz, ja, und dann noch Christina im Nachgang beleidigen, dann wird er das nach dieser Sequenz allemal tun können. Zeig, wie böse ich bin. Was ich erwartet habe, trifft gerade ein und dann bin ich enttäuscht. Ja, da bin ich richtig enttäuscht von dir, liebe Vanessa, weil du stellst mich in einem Licht dar, weil du rückst mich in ein bestimmtes Licht. Also er wendet alles von sich ab, ne? Es wird alles mit ihm gemacht und sie tut es. Also er kneift sie und das ist voll daneben und das sehen wahrscheinlich alle Zuschauer so, aber indem sie es anspricht, was total richtig ist, stellt sie ihn auf eine bestimmte Art und Weise dar. Aber nein, Schatz, das warst du selbst. Das ist wieder das Problem, weil hier kommt jetzt an, ich verachte sie als Mensch. Ich habe gerade gesagt dein Verhalten, ich habe es auf das Verhalten bezogen und das ist das Problem, wenn wir verstehen, wir sprechen nicht die gleiche Sprache, weil du alles persönlich nimmst. Warum nimmst du es persönlich? Das ist, also ihr wisst schon, dass das einfach die Definition, das ist die Definition von Gaslighting. Das ist einfach, Alex ist Gaslighting. Alex bekommt ab jetzt den zweiten Namen Gaslight. Alex Gaslight Petrovic oder Alex Gaslightovic. So, das ist es. Mehr kann man dazu gar nicht sagen. Wenn jemand von euch nach einer Definition sucht für Gaslighting, Alex ist es. Das Problem ist, dass sie alles persönlich nimmt. Wenn ihr einen Partner zu Hause habt, der so etwas zu euch sagt, Gaslighting hört sich so nach was Großem an. Es ist auch was Großes, weil es ist einfach, es ist einfach respektlos. Es ist einfach, es müsste mit schon eine Straftat sein, weil wir so mit unseren Mitmenschen nicht umgehen dürfen. Aber alles, was er, oftmals wissen wir gar nicht, wo er schon anfängt. Aber das alles, was er sagt, ist Gaslighting. Sorry, jetzt habe ich schon zehnmal gesagt, das bringt mich auf die Palme. Das Problem ist jetzt also, dass sie, also er sucht das Problem immer bei ihr. Nein, hör auf damit, bitte wach auf. Bitte nimm dir diese Reaktion zu Herzen. Ich habe nichts gegen dich persönlich, ne? So, nicht, dass du denkst, ich sei ein Hater. So, ich kommentiere diese Show, ich kommentiere drei weitere Shows zeitgleich parallel. Mir ist das im Grunde genommen egal, was ihr macht, verstehst du? Ich habe auch nichts gegen dich persönlich. Du bist äußerlich, habe ich auch immer gesagt, früher eine geile Sau und so. Du siehst auch gut aus. Aber was du machst, ist einfach wirklich unterirdisch. Es ist menschenverachtend. Du verachtest deine Freundin, du respektierst sie null. Und ich finde, man müsste dich deswegen anzeigen können. Also sie müsste, man müsste das irgendwie, das ist halt Gewalt. Das ist so psychische Gewalt. Und ja, die fruchtet leider Gottes auch so oft. Deswegen wird sie auch noch ein bisschen bei dir bleiben. Aber irgendwann wird die hoffentlich aufwachen und dann einfach nur gehen und ihre Sachen packen. Und das Schlimme ist, dass du dann wieder jemanden finden wirst, wo du das wieder ein, zwei, drei, vier Jahre lang machen kannst. So, und dann wirst du wahrscheinlich niemals das Bedürfnis empfinden, mal an dir zu arbeiten. Und das ist traurig. Das ist eine Befürchtung gewesen, die ich mit dir hatte. Ja, berechtigterweise. Wir haben uns schon gefragt, ob die überhaupt noch ein paar Hirnzeilen hat, die funktionieren, wenn sie gar keine Befürchtung hatte. Sie war es wieder. Also sie hat ihn jetzt in diesem Moment als den toxischen, dominanten Mann dargestellt. Sie war das. Guck mal, wie schlimm sie auch ist, die Vanessa. Und der Alex, der kann da irgendwie gar nichts dafür. Der gerät da immer nur so rein in diesen Trubbeln. Das ist ja aber auch tragisch mit ihm, der Arme. Wie so ein Sog, der konnte da gar nichts für. Dabei ist er so breit gebaut, dass er kaum noch diese Tür passt. Aber das wird alles einfach so mit ihm gemacht. Oh Gott, der Arme. Wir müssen eine Petition starten und ihn retten. Liebe Leute, ich gehe jetzt zum Hautarzt. Und zwar lasse ich mir das Tattoo wieder lasern. Und dann komme ich wieder zurück und filme die vierte Folge für euch. So, ich bin wieder da und wir sind jetzt angelangt in der Folge vier. Ich konnte sehr schlecht schlafen und mich gefragt, wie ich soweit kommen konnte, dass eine Partnerin einen so ausliefert. Sie war es wieder. Wie kann es dazu kommen, dass meine Partnerin mich ausliefert? Das ist das Thema. Ich habe gar nichts gemacht. Sie hat mich ausgeliefert. Das, was gestern passiert ist, ich kann es immer noch nicht glauben. Was denn? Was stört dich in der ganzen Sache denn, was ich gesagt habe? Als ich dich angestupst habe. Angestupst. Er hat nur so gemacht. Und sie kennt halt die Vokabel nicht. Sie dachte, das ist Kneifen. Sagst du noch, warum stupst du mich an? Willst du mir den Mund verbieten? Und dann scheiß, nein. Ich will dir einfach ein Zeichen geben, dass du gerade einen großen Fehler begehst. Und dass dir das gerade in dem Moment nicht bewusst ist. Genau, weil du nicht denken kannst, verstehst du? Und ich habe in diesem Moment das Denken einfach für dich übernommen und habe dich angestupst. Eigentlich könnte man ihm noch so eine Kette geben, dass er sie so hypnotisiert und sagt, ich habe dich angestupst. Nicht gekniffen. Du kannst es mir noch fünfmal sagen, dass ich jetzt diejenige bin, die angeblich gestern da was gemacht hat, was nicht okay war. Aber wann fängst du mal an, dir mal was einzugestehen? Er hat ja nichts getan. Du hast, du hast, du hast alles, was hier schiefläuft, war es du. Du hast ihn auflaufen lassen. Ich will, dass du dir bewusst machst, was du gestern getan hast. Was hast du denn getan? Er hat nichts getan. Du sollst dir jetzt bewusst werden, was du gemacht hast. Meine Güte, denkt er sich aus. Wann wirkt das denn hier endlich, diese ganze Manipulation? Klappt das jetzt gleich mal, dass sie einsieht, dass sie einen Fehler gemacht hat, obwohl sie keinen gemacht hat? Ich habe versucht, dich vor deinem Fehler zu bewahren. Indem du was getan hast? Indem ich dich angestupst habe. Angestupst? Oder war das für mich? Ich habe dich angestupst. Nein, du Dumme. Du bist einfach viel zu jung, um zu wissen, was der Unterschied zwischen Kneifen und Anstupsen ist. Merkst du es eigentlich noch? Für dich war alles, ist immer dramatisch und alles schlimm. Bleib bitte ruhig. Nein, weil das ist eine Falschaussage. Genau. Und ja, für dich ist alles immer zu viel und du bist bei allem immer zu empfindlich. Und du, 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 du bist einfach der Fehler. Verstehst du es nicht? Und dann erzählte er aber später, wenn sie dann zu Recht wieder ausrastet, ich kritisiere ja nur dein Verhalten. Ich kritisiere ja nicht dich als Person, weißt du? Wenn du zwischen Anstupsen und Kneifen nicht unterscheiden kannst. Nein, das fackt mich ab, weil du Tatsachen verdrehst. Dann rede ich nicht mit dir. Ja, dann geh weg wie immer. Geh. Du schreist immer nur rum. Geh. Wie soll ein Mensch mit dir sprechen, wenn du ständig so Anfusionen hast? Geh, die ist immer weg, Alter. Was meinte er noch in der letzten Folge? Man muss lernen, seine Emotionen zu beherrschen. Nicht wahr? Alex, es muss aber wirklich nicht sein, hier rumzuschreien. Alex. Ja, ich lasse mich doch nicht anschreien. Nein. Nee, solltest du auch nicht. Also sie zieht da ganz klar die richtige Grenze. Ich finde, sie ist null provokant. Sie ist null Schuld daran, dass ihr das hier gerade geschieht. Oder findet ihr schon? Es geht nur du, du, du und du hast mich verraten und verletzt. Und du hast mich auflaufen lassen und verraten und verletzt. Ja, werdet ihr ja eh früher oder später sehen. Weil er mich mit einem Interview auf einmal hinten quasi an die Hüfte kneift, um mir zu signalisieren, hör mal auf, dass du jetzt hier irgendwas erzählst. Und das fand ich nicht okay in dem Moment. Das versteht er aber nicht. Also wichtig ist auch zu sehen, dass sie in diesem Moment noch ganz klar weiß, dass er sie gekniffen hat in der Hüfte oder an der Hüfte. Und später, in einer Situation, in der er wieder psychische Gewalt ausübt, ist sie sich da doch nicht mehr so sicher. Und da kann man sehen, dass sein Gaslighting einfach Früchte getragen hat. Also für mich ist das ganz klar, in meinen Augen ist das ganz klar ein Narzisst. Und das sage ich nicht, weil das jetzt ein Trendbegriff ist, sondern weil ich mit dem, was ich über Narzissen gelernt habe, gehört habe, sei es von meiner Psychologin oder von Büchern, ganz klar sage, er bringt alles mit, um einer zu sein. Ich wurde laut, weil ich nicht gehört werde. Und dann muss ich lauter werden, um sie zu übertönen. Ja, ja, genau. Überzeugung läuft genauso. Ne, habe ich früher auch immer gemacht, wenn ich den Kunden in der Bank davon überzeugen wollte, dass die Versicherung gut ist, habe ich ihn angeschrieben. Weil man mir nicht glaubt, weil ich der maskuline Mann bin. Deswegen. Und das stört mich. Ja, dann hör doch auf damit. Dann zerquetsch doch nicht irgendwelche Gitter und trete doch nicht gegen irgendwelche Gartenmöbel. Dann würde man das auch nicht denken. Und hör auf, so zu schreien wie ein Mammut. Und das weißt du. Und du hast drauf geschissen. Weil sie ihre eigene Meinung hatte, hat sie auf ihn geschissen. Also er versucht es einfach so lang, bis die arme Maus das glaubt, dass sie wirklich was falsch gemacht hat. Sorry, dass ich es bestätigt habe, weil die Kamera gesehen hat, dass du das gemacht hast in dem Moment. Das ist, glaube ich, das, was dich eher stört. Ich will gleich mit dir reden, Mann. Ach, ja, weil er versucht, dir die ganze Zeit in die Schule zu schieben. Du hast bestätigt, dass ich der maskuline Mann bin. Und sie so, nee, das hat die Kamera bestätigt, weil sie dich dabei gefilmt hat, wie du mich gekniffen hast. Wie du Gewalt über mich ausgeübt hast. Verstehst du es nicht? Geht das in deine Erbsen-Rübe rein oder nicht? Ja, wir haben unsere Probleme halt mit dir reingenommen. Und das war die, das hätten wir nicht machen müssen. Wir hätten eigentlich, es war noch zu früh. Ihr hättet auch zehn Jahre warten können. Und die Probleme wären immer noch da. Sag ich jetzt mal so aus der Ferne. Willst du denen eigentlich diese letzte Meinung über uns hier lassen? Guck mal, ihm geht es nur um die anderen. Bei euch läuft es doch scheiße. Und dann so, du, willst du wirklich denen die Meinung über uns so lassen, oder willst du dich jetzt endlich mal zusammenraffen und dich ordentlich benehmen? Ich möchte nicht, dass die Beziehung hier kaputt geht. Schatz, guck mal, ich sage dir eine Sache, ne? Die ist schon kaputt. Die war nie heil. Ich glaube, mit dir kann man auch keine heile Beziehung führen. Guck doch mal, ich stehe auf Zehenspitzen. Ich kann nicht runter. Okay. Dann sag mir, wie du es möchtest, damit du es hinkriegst. Ich möchte es gar nicht mehr. Meine Unterarme sind zu. Ich bin verfickten Bohren. Oh, so viel Muskeltraining und dann tun die Unterarme jetzt weh, ne? Ja, sie ist halt ein bisschen schockiert, ne? Weil vorher hatten die sich irgendwie ein bisschen zusammengeraft, weil er sich dann doch wieder klar darüber wurde, dass die die Challenge gewinnen müssen. Und jetzt auf einmal tun halt die Unterarme weh, ne? Und er steht auf, er steht auf Zehenspitzen und kann deswegen nicht runter. Wir können doch erstmal die anderen machen. Wie gesagt, du redest auch nicht. Du hängst da einfach für dich und bockst rum wie ein kleines Kind gerade. Ja, und gibt es Leute, die das jetzt interpretieren als, sie ist provokant oder so? Ich finde nicht, weil er ist da jetzt irgendwie beleidigt und sie versucht einfach mit diesem Mann, der zehn Jahre älter ist, als sie irgendwie klar zu kommen. Sie könnte auch Erzieherin sein. Siehst du die Narbe hier? Siehst du die Narbe hier? Es geht nicht. Ja, sieh hier. Guck doch hin. Bist du doof oder was? Das willst du gerade von mir? Ja, weil es in meinem Arm wehtut, Mann. Nicht hier in dem Muskel oder so. Mein kaputter Arm. Er ist halt genau das gleiche Kaliber eigentlich, ne? Willst du das jetzt gewinnen, weil das dein Lebenstraum ist oder willst du jetzt rumflennen, weil du eine Narbe hast? Ja, dann müssen wir halt aufhören. Nee, wir hören nicht auf, aber dann gib Gas und hör auf rumzumeckern hier. Du bist der Einzige, der gerade meckert. So, also, die Ladies tun mir vor leid. Also, ich hab ja eine richtig geile These. Wer es mit wem probieren möchte und dann wäre alles in Ordnung. Eigentlich müsste Alex zusammenkommen mit Maurice, ja? Und Ricarda hätte ein viel, viel schöneres Leben mit Vanessa. Weil Ricarda ist so, ja, okay, wenn du jetzt heulst wegen deiner Narbe, dann lass uns aufhören. Also, nee, nicht aufhören. Hör auf zu meckern. Aber, Junge, du meckerst doch. Vorsicht, das her! Bist du dumm oder was? Du musst doch gucken! Bist du dumm? Nee, aber er ist ja richtig verbissen, ne? Er will es so sehr, dass er einfach jede Challenge verkalkt. Wo bist du gerade mit deinem Kopf? Er ist halt bockig, ne? Er ist richtig bockig. Und sie versteht's halt nicht. Weil auf der einen Seite ist nicht genug Zeit, damit sie sich schminkt. Das muss alles gewonnen werden und so ist das super wichtig. Und auf der anderen Seite lässt er hier so den dreijährigen Alex raushängen. Da würde ich mich so verhalten wie du gerade. Da müsste ich mir schon was anhören. Und dann diskutier nicht! Diskutier nicht! Wenn Papa sagt, hör auf, dann diskutier nicht! So, aber wenn sie so agieren würde wie er, dann würde er ihr die Hölle heiß machen. Da hat sie schon recht. Und ich verstehe auch, wieso sie das jetzt hier auch so verbalisiert. Weil, also, er macht sie an, weil sie sich die Augenbrauen malt. Und er macht sie auf bockig, obwohl es um 50.000 Euro geht. Bitte denk bitte einmal nach. Einmal. Bitte komm das. Hier einmal nachdenken. Mann, du weißt, wie ich das jetzt meine. Komm bitte. Maurice, wie wäre es denn, wenn du einfach mal anfangen würdest nachzudenken? Du armast ja, Mann, mein scheiß Armer. Ach, mein Armer. Du hast das gut gemacht, ey. Er kann sich, glaube ich, auch nicht einfach normal freuen, ne? So, sie freut sich voll, weil die es geschafft haben. Und er so mit einem Halsmaul. Und dann so, du hast das gut gemacht. Kannst du auch einfach mal wirklich dich über etwas freuen und ohne Halsmaul irgendwas Nettes zu ihr sagen? Du Unterarme tun weh! Ja und, kann ich was dafür? Sag mir, welchen Buchstaben wohin? Glaubst du, andere schreien die Frauen dann auch so an? Wir müssen einen Buchstaben wohin machen! Guck, wie du bist. Nee, ganz ehrlich, weißt du was? Aber erst, da gibt mir die Hunde. Lassen wir sein. Also, ich glaube, ich möchte gerne ein Seminar bei ihm buchen. Ich glaube, der könnte mir richtig was beibringen, um ehrlich zu sein. Ich hoffe, die Plätze sind diesmal nicht so begrenzt wie beim letzten Mal. Fangen wir jetzt an, die Maske zu verlieren, ha? Ja, aber gut, Schatz. Also, der hatte ja noch nie eine drauf. Ist ja jetzt nicht so, als würden wir was Neues erfahren. Schämen solltest du dich schämen! Nö, warum? Kannst du dich mal gerade ehrlich? Beleg mir doch fünfmal, ob ich das hier mit dir echt noch machen will. Ja, also nicht nur das da, sondern du solltest allgemein alles ein bisschen hinterfragen. Verstehst du? Auch Paartherapie könnt ihr vergessen. Also, erst mal müsste er, wie gesagt, ich habe das in meiner Story heute gesagt, vielleicht fünf Jahre zur Therapie alleine gehen, um so ansatzweise an ihr Level zu kommen. Und dann könntet ihr in eine Paartherapie gehen. Aber so wie ich den einschätze, manipuliert er die Therapeutin. Er hat es doch nicht fertig gemacht, sag mal, Süße. Er müsste dir doch eigentlich ein ganz gutes Gefühl vermittelt haben, jedes Mal, als er dich angeschrien hat, oder? Ich konnte einfach nicht, ich habe Schmerzen. Ja, körperliche Schmerzen, gehst mit deiner Frau um die Scheiße hier. Das ist egal, das ist sekundär. Ihm geht es darum, dass er Schmerzen hat, verstehst du? Das sind halt Narzissten, ne? Also, im Allgemeinen, ein Narzisst ist ja so, dass er sich einen Dreck schert um deine Belange. Und dieses Verhalten lebt er hier ja gerade auch aus. Möchtest du dort weitermachen, wo du gestern aufgehört hast? Lass uns, nein, wir machen gar nichts. Oder willst du das nicht? Weißt du was, wir machen gar nichts mehr weiter. Guck mal, willst du genau dort weitermachen, wo du gestern aufgehört hast? Willst du jetzt weiter meckern? Warum meckerst du denn? So, was ist denn hier passiert? Du weißt einfach nicht, was du möchtest. Ja, dich nicht mehr. Du bist total unzurechnungsfähig, merkst du, ne? Du weißt nicht, was du willst, verstehst du? Lass mich dich beschützen. Lass mich dein Gehirn sein. Wir sind kein Team, Punkt. Wir sind kein Team. Ja, und warum? Du sagst gerade zu mir, gib mir Ansagen. Ja, und? Meine Arme tun weh. Meine Arme tun weh. Ja, es tut weh, weil du um Sekt getrunken hast gestern. Bist du peinlich? Ja, 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 versteht ihr den Kontext? Ihm tun die Arme weh, weil sie gestern sich ein Glas Sekt gegönnt hat. Naja, natürlich ist sie wieder schuld. Also ich meine, wer sonst? Meine Güte, am Sekt liegt es. Sie macht einfach alles falsch, ne? Sie ist ein Fehler auf zwei Beinen. Aber es geht gar nicht um sie, sondern nur um ihr Verhalten. Genau. Und er, welchen Fehler hat er jetzt gemacht? Eigentlich gar keinen, ne? Du bist peinlich, du bist peinlich, 23 und denkst, du bist alles, du bist nicht allwissend, du bist lebensunerfahren. Ja, und das findet er so attraktiv an ihr. Also er hat sich quasi zum Volontariat gemeldet und so eine lebensunerfahrene Göhre in Obhut genommen, um ihr Lebenserfahrung beizubringen. Ja, okay, du hast wenig Erfahrung im Leben. Ja, mach weiter, mach weiter. Akzeptier das. Alle Frauen sind für dich unerzogene kleine Güte. Nein, du. Nur sie, ne? Aber jetzt gibt sie ihm nochmal wieder so, so gibt sie ihm, weil wir kennen diesen Alex ja, genau diesen Alex kennen wir. Ich, ah, und deine Ex-Freundin war es auch? Genau. An der hattest du doch auch irgendwas auszusetzen, nicht wahr? Warum gehst du jetzt auf die Ex-Freundin? Weil du isst, Mann. Ist das stark von dir gerade? Ist das stark von ihr, dass du sie gerade niedermachst und sie als lebensunerfahren betitelst? Ist das stark gewesen? Ich glaube nicht. Und ist das schlau gewesen, was sie gerade eingeworfen hat? Ich glaube schon. Weil irgendwie ist am Ende des Tages gar keine von denen gut genug, ne? Alles scheiße. Wenn der jetzt mit Vanessa zu Temptation Island gehen würde, würde der sich wieder in eine neue verlieben. Ich werde jetzt da gleich reingehen und meine Sachen packen. Ich brauche hier nicht mit dir bleiben. Mach das so wildes Beschisschen. Also ich hoffe, sie setzt das mal in die Tat um, ne? Das sind ja im Endeffekt unsere Konkurrenten. Alex, und am Strich, passt das hier gerade einfach nicht mehr? Ja, passt auch nicht. Aber warte mal kurz. Ich möchte gerade nicht. Sie möchte nicht mit dir reden. Also eigentlich ist sie gerade noch entschlossen, mit ihm Schluss zu machen. Ich habe gefiebert beim ersten Mal gucken und habe gehofft, bitte mach es, Girl. Aber irgendwie dann doch nicht, ne? Das hier ist der absolute Tiefpunkt unserer Beziehung. Falls man das überhaupt noch Beziehung nennen kann. Ich glaube halt nicht, dass es schlimmer ist als sonst. Ich glaube halt, es wird nur gerade gefilmt, um ehrlich zu sein. Ich wollte sie ins Bad. Lass sie mal bitte erstmal ins Bad. Guck mal, wie er sie kontrolliert. Er ist wirklich, mich erinnert das an Mike. So, sie meinte, als sie noch vor dem Grundstück waren, sie möchte jetzt ins Bad. Aber dann entscheidet sie sich um und sitzt erstmal mit den Leuten. Er möchte aber über sie entscheiden, ne? Weil sie hat ja gesagt, sie will ins Bad. Sie soll jetzt ins Bad gehen. Sie soll den anderen nicht erzählen, was er mit ihr gemacht hat. Sie soll ein bisschen runterkommen, aber sie ist gerade noch zu. Guck mal, Alex. Ich glaube, sie weiß selber am besten, was gut für sie ist. Du hast gerade selber gesagt, du möchtest ins Bad. Ich gleich. Sie geht ins Bad, wenn sie ins Bad gehen möchte. Verstehst du? Du kannst du dich einfach verpieseln und deinen eigenen Scheiß machen. Wie er aber da bleibt, ne? Er möchte halt nicht, dass sie erzählt, was ihr gerade passiert ist, ne? Das wollen die ja immer nicht. Die wollen ja immer, dass man das keinem erzählt, ne? Behalt das bitte für dich. Ja, bitte nicht weitererzählen, was ich gemacht habe, okay? Bitte nicht, ja? Er setzt sich richtig da hin. Der lässt jetzt keine Sekunde alleine. Können wir euch ein bisschen allein lassen? Sie flüchtet halt vor ihm, weil sie möchte gerne mit irgendjemandem, über die Gewalt sprechen, die ihr gerade entgegengebracht wurde. Aber er sitzt da und lässt das nicht zu. Männer in dieser Form brauchen Hilfe. Guck mal, und Alex kommt aber hinterher, ne? Er lässt sie auch in der Küche nicht alleine. So, also sie möchte gerade nicht mit ihm sprechen. Er wahrt aber nicht ihre Grenze. Weil ihm geht es gerade um sein Bedürfnis, und zwar die Lage zu kontrollieren. Und die müssen aber bereit sein, Hilfe anzunehmen. Merkt ihr das doch mal, Vanessa? Das wird aber nicht passieren. Da scheint bei dir irgendwas zu sein, keine Ahnung, wo du über die Grenzen deiner Frau gehst. Er und seine Freundin haben jetzt Alex und Vanessa mal zu sich geholt und haben gesagt, Leute, das können wir nicht beobachten. Das ist ziemlich knüppelhammerhart, was ihr hier macht, mit Kneifen und Pipapo. Und am Ende des Tages ist das der Grund, warum Alex genau die nominiert. Die hassen nämlich Menschen, die die Wahrheit aussprechen. Wo du sie auch irgendwie im Interview kneifst oder anrempelst oder so? Das weißt du doch gar nicht, Erik. Ja, aber sie hat es denen erzählt. Und damit weiß er es dann schon. Aber jetzt lass ihn mal sprechen. Guck mal, sie ist schon neugierig. Sie so, kannst du ihn bitte aussprechen lassen, was die Empfehlung ist für ein glückliches Leben für mich? Hast du deine Frau nicht körperlich angegriffen? Ich habe meine Frau niemals körperlich angegriffen. Hör auf, sowas in den Welt zu setzen. Gut, dann war es ja gelogen. Habe ich dich niemals körperlich angegriffen? Guck mal, aber Alex, das war doch schon geklärt zwischen dir und ihr. Sie hat dir doch schon gesagt, dass sie es als Kniff gleich Angriff wahrgenommen hat. Ja, aber du glaubst ihr immer noch nicht. Sondern du stellst es so dar, als wenn diese Wahrheit höchst skandalös wäre. Dann erhebst du deine Stimme, guckst sie an. Scheinwerfer on her. Habe ich dich körperlich angegriffen? Wagst du es, so etwas in den Raum zu stellen? So, und das sorgt dann für Druck bei ihr. Ja, sie denkt sich so, oh, darf ich so etwas denn behaupten? Ich habe sie angestuppt. Kommt drauf an, was für wen körperlich angegriffen ist. Aber für mich war es natürlich nicht schön, ja. Aber das ist doch keine körperliche Tätigkeit. Wo sind wir denn hier gelandet? Naja, also wenn das für sie nicht körperlich, nicht schön war, dann ist es eine körperliche Tätigkeit. Ein Kniff ist ein Angriff. Das ist Gewalt. So, aber seht ihr, wie sie in sich zusammenkracht und so, ja, ja, also, naja, weiß ich nicht, ob ich das jetzt so dramatisch darstellen kann. Doch, darfst du. Er hat dich gekniffen. Ja, aber sie kommt doch zu Pia und erzählt ihr die Situation und erzählt ihr, dass du sie gekniffen hast. Und das ist ein körperliches Überdrück. Habe ich dich gekniffen? Hat sie gesagt? Nein, es war hier. Wer seid ihr, um zu bewerten, dass es Kneifen ist? Sie hat selber schon als Kniff bewertet. Und das ist halt das Fatale daran. So, und dann möchte dieser breite Mann, der so steht und schreit und so, will er nicht als toxischer, misogyner Mann wahrgenommen werden. Das ist aber schwierig. Da musst du dich ein bisschen zaghafter, respektvoller verhalten. Also, er möchte halt nicht als aggressiver Mann wahrgenommen werden. Könnt ihr sehen, ne? Warum geht er denn dann an die Leute so ran und redet halt so mit denen? Das verstehe ich halt auch nicht. Alex, das macht keinen Sinn. Hast du Abi? Hast du studiert oder was? Oder kannst du diese Zusammenhänge irgendwie blicken? Dass das sehr aggressiv wirkt. Deine Maske ist gefallen, meinst du? Maske, also das Einzige, die Maske, die Einzige, die hier gefallen ist. Mein Schnurr, mein Hosenstein ist auf. Oh mein Gott. Die Einzige Maske, die hier nie drauf war, ist deine. Ich war verletzt, aber ich wollte es nie so aussehen lassen, wie es jetzt letzten Endes war. Genau, und das ist dann das, was am Ende passiert. Verlustangst kickt, seine Art, bei ihr Schamgefühl auch zu erwecken, fruchtet und sie so, also ich wollte das nie so aussehen lassen, sonst hätte er mich gekniffen. Oh Gott, ich bin so irritiert gewesen, sorry. Voller Erfolg. Gaslighting, erfolgreich abgeschlossen. Krass, dass ich mir jetzt einfach denke, boah, heftig. Zu was man fähig ist, wenn der Kopf einfach nicht richtig funktioniert in dem Moment. Genau, so war es. Ja, dein Kopf hat einfach ausgesetzt. Guck mal, dein Kopf setzt jetzt aus, aber das, was du in dem Moment gesagt hast und wie du reagiert hast, das war der einzige Moment, wo dein Kopf richtig funktioniert hat. Das war dein einziger nüchterner Moment zwischendurch. Und ansonsten bist du in seiner Plörre, weil er einfach gut darin ist. Ja, zieh Gott da nicht rein. Also so, das Beten bringt da auch nichts. Ich sage es dir, wie es ist. So, und sie denkt sich, sie holt ihren Freund jetzt einmal kurz einen runter. Finde ich ja auch ganz sweet. Also Valentina ist bei denen schon so die Boss-Bitch. Wenn sie an seinen Dödel will, dann kommt sie da auch ran und dann genießt der Kleine das. Wie oft haben wir pro Monat Sex? Sechsmal. Falsch, achtmal. Wieso wissen die das so genau? Keine Ahnung. Achtmal? Boah, ich finde das richtig krass, Leute. Und manchmal frage ich mich so, ich bin ja Single und ich denke mir so, oh, irgendwie hätte ich voll gerne dann wieder eine Beziehung, weil mir fehlt auch dieser Sex. Aber wenn ich dann höre, dass Paare so achtmal im Monat miteinander, da denke ich mir dann auch so, ja, dann auch nicht. Ich weiß, ich mache mich mit dieser These richtig unbeliebt, aber ich bin jedes Mal wieder aufs Neue schockiert. Für mich gehört das so fünfmal die Woche dazu. Das ist mein Empfinden einfach, ne? Wer von uns beiden ist intelligenter? Ganz klar ich. Stimmt. Also das würde ich nicht so unterschreiben, muss ich ganz ehrlich sagen. Also menschlich ist sozial so, ist sie auf jeden Fall intelligenter. Wer von uns beiden ist intelligenter? Boah, und da habe ich so wirklich gedacht, wenn der jetzt sagt er, dann lache ich ganz laut. Vanessa. Falsch. Beide. Beide? Ja, beide. Das ist sympathisch. Also finde ich auch cool, dass er sich das zugesteht, dass sie es ist. Wer von uns beiden ist gereizter? Ja, ich. Ja. Ja, komisch, hä? Ja, sieht man ja auch. Doof, ehrlich, ja. Ja, was, was? Wer bist du, dass du so mit mir redest? Wer bist du? Äh, pass mal auf, ich sag dir jetzt mal was. Ja, du sagst, sagst... Ach komm, leck mich doch am Arsch. Ich glaube, das war doch gespielt, oder? Ich könnte mir vorstellen, dass die beiden sich auch ausgemacht haben. Lass mal ein bisschen spielen. Weil woher kommt denn jetzt auf einmal dieser Ausraster, wegen was? Wie oft haben wir pro Monat Sex? Zwölfmal. Ich hab acht gesagt. Realistisch so zweimal die Woche. Ja, ich hab dreimal geschätzt jetzt. Nee. Oh, krass, ne? Zweimal die Woche. Könnt ihr einmal in die Kommentare schreiben, wie viel ihr so in der Woche habt? Was ist für mich das Wichtigste in einer Beziehung? Also Respekt, Loyalität, äh... Na, wobei Loyalität weiß ich nicht, aber Respekt ist es auf jeden Fall nicht. Bitte sag nicht Respekt, bitte nicht. Vertrauen. Respekt. Das sagst du doch auch immer. Ricarda, was verstehst du unter Respekt? In welchem Duden hast du das Wort nachgeschlagen? Sag dir Respekt. Warum haben wir so oft Stress zu Hause? Weil ich immer sage, warum lügst du ab und zu mal so ein Rotügel oder keine Ahnung was. Ricarda, eine Lügnerin? Wie oft haben wir denn Sex? Sag mal, wie oft denn? Okay, dann erfahren wir es bei denen auch. Erzähl mal, weil er meinte, ihr wird bestimmt Sex wichtig sein. Dann sag den Leuten, dass wir bei der Wahrheit sind. Wie oft haben wir denn? Wenn wir uns sehen, vögeln wir. Nee, bestimmt nicht. Ja, letztes Mal immer... Nee, ich weiß es nicht. Ach, wir haben bestimmt jetzt locker eins für Mordi nicht mehr gebummt. Oh mein Gott. Ja. Spannend. Wo fängt es für mich Fremdgehen an? Mit den Blicken. Mit dem Kopf. Ach so. Ja, aber dann seid ihr doch... Dann ist da doch Christina ganz klar fremdgegangen, oder? Weil sie war in Folge 2 oder 3 so empört darüber, dass den Fremdgehen unterstellt wurde. Erinnert ihr euch noch? Es gab natürlich schon einen oder den anderen Vorfall, wo man ein bisschen Vertrauen verloren hat. Also ganz im Ernst, wenn man sich anguckt, unter welchen Bedingungen ihr euch kennengelernt habt. Und dass er ja mit dir seiner Ex-Freundin fremdgegangen ist, weil Fremdgehen beginnt bei dir am Kopf. Da kann man doch gar nicht mit Vertrauen in die Beziehung gestartet sein. Ja, aber erstens darfst du es so Typen wie ihm gar nicht erzählen. Also über Eingriffe am besten nicht reden. Weil er exposed dich ja einfach so im Fernsehen einfach, zählt da einmal alles auf. Oh Gott. Ich sag dir das jeden Tag wegen meinem Bauch. Sag ich dir doch immer, dass ich das... Du willst eine Arsch-OP machen? Ich will doch beim Bauch. Ich schäme mich doch immer dafür. By the way, das ist aber nicht ihr Bauch, ne? Da drin ist diese ganze Soße. Und sie riecht sich aber darüber auf, dass er nicht weiß, dass das ihr Bauch ist. Sie ist darüber, dass er alles so aufzählt, so abwärtend. Gar nicht erst sauer. Mir hat das jetzt heute gezeigt, dass er mir nicht zuhört. Ja, guten Morgen. Das hast du ja erst jetzt gemerkt. Du hättest die Schnauze, ich löse dir. Das ist so eklig. Am besten von allen Paaren kennen sich Ricarda und Maurice. Krass. Okay, die haben da am besten abgeschnitten. Die können uns nicht gewählt werden, haben sich gesaved. Vanessa, meinst du, man kann zu viert oder so mit Alex ganz normal halt reden, dass er auch einem vielleicht mal zuhört, was das Thema betrifft? Nee. Du weißt welches Thema, ne? Ich glaub, das Ding ist durch. Für ihn? Ja. Ja, also Alex, der möchte da jetzt nicht mehr drüber reden. Mit dem kann man nicht mehr drüber reden. Ja. Meint ihr, Alex sieht dabei zu, wie Vanessa mit anderen Leuten redet, während er nicht dabei ist? Nein. Er hat gelernt von Mike und geht da jetzt extra hin, weil Vanessa ist nicht zurechnungsfähig. Die braucht immer einen gesetzlichen Betreuer an ihrer Seite. Ich glaub, manchmal, bevor man dann halt sich unnötig stressen, macht ihr euch jetzt unnötig stresst oder wir uns unnötig stressen, das ist manchmal, glaub ich, cooler zu sagen, man kommt nicht auf den Nenner und das wird, also würd ich jetzt einfach sagen. Auf los? Nee, mit zu viert nochmal über die Sachen reden, aber ich dach, ich würd sagen, das Ding, da gibt's ja nicht mehr viel zu tun. Wir haben da alles besprochen. Ja, okay, aber wer hat dich denn gerufen? Also wer hat dich da jetzt hingerufen, Alex? Warum musst du da hin? Traust du ihr nicht zu, dass sie das selber einmal klärt? Nee, ich wollt einfach nur ganz normal, einfach so ohne jetzt alle anderen, einfach mal ganz normal, die Erwachsene. Ja, aber das, eigentlich haben wir da alles besprochen. Wir haben halt zwei verschiedene Meinungen, wir kommen hier auf allen Nenner, so. Ich würd mir halt deine Meinung gerne anhören wollen. Naja, er wollte dich einfach nicht auf der Party haben, weil du peinlich in seinen Augen bist und weil du rufschädigend bist. Er ist ja ein erfolgreicher Unternehmer, der einen Ruf zu wahren hat. Was würdest du da noch wissen? Wann wollt ihr reden? Wir können's doch gerne morgen machen, nach dem Spiel. Könnt ihr auf uns zukommen, wenn ihr dann soweit seid. Alles klar, danke. Ach, das ist doch süß. Na, da haben die ein Date und das wird dem Alex und der Vanessa vielleicht zum Verhängnis heute Nacht. Ich bin da. Ist auch ein bisschen süß, ne? Er bereitet ihre Rede heute Abend vor. Okay, wir haben's einmal richtig durchgetüftelt. Dafür ist es aber am Ende halb so gut. Also ich muss sagen, da war Valentina dann sehr, sehr aufgeregt und ich hab jetzt mal weggelassen. Guckt es euch an auf RTL Plus. Ja, es war nicht so cool. Ach ja. Ja. Jan und ich haben uns wieder gesaved, weil wir es einfach können, weil wir es drauf haben. Das war so der coole Part. Weil wir es einfach können, ihr kleinen Lutscher. Und das T-Shirt hier geht auch an dich. Ich hoffe, du kannst Englisch lesen. Hier steht das Gleiche. Interessiert mich recht wenig. Ja, also da war sie halt so ein bisschen wie so eine 13-Jährige auf dem Schulhof. Weißt du, und by the way, und dieses T-Shirt und so, es war alles sehr aufgeregt und es war so eigentlich nicht so cool. Ihr seid eine Lachnummer. Und das wisst ihr selber. Du hast Wachteleier. Ich wollte es nur nochmal sagen, du hast Wachteleier. Wachteleier, Wachteleier, Wachteleier. Anti, anti, anti. Warum gehst du nicht einfach mal nach vorne, Jan? Nee, brauch ich nicht. Braucht er nicht. Ich möchte auch nicht. Sie hat die dickeren Eier. Es kam ein paar auf uns zu und hat unsere Streitigkeit natürlich miterlebt. Vergessen kann ich das aber nicht und muss euch die Stimme dafür geben. Genau, weil die haben das richtig beobachtet und die Wahrheit ausgesprochen. Und das wäre natürlich gefährlich, wenn Vanessa dann auf den Trichter kommen würde, dass ihr da psychische Gewalt permanent angetan wird. Deswegen müssen die einmal raus. Wer die Wahrheit sagt, ist draußen. Genau hier gehören wir hin. Das muss anspornend sein, dass wir weiter hier oben stehen. Maurice hat gerade definitiv einen Höhenflug. Er denkt, er ist jetzt sicher, weil er sich einmal gesaved hat. Aber ich dachte, ihr wärt irgendwie cool miteinander. Doch nicht mehr. Alles klar. Ich bin ein gradiniger Mensch. Ich sage immer alles direkt ins Gesicht. Und dann habe ich gerade gesehen gehabt, wie ihr ein Gespräch wohl irgendwie vorhabt, dass ihr beide miteinander reden wollt auf einmal. Ich weiß nicht, ob ich dir da noch trauen kann. So ein Faker. Sorry, das ist so ein Faker. Ich bin wie ein Pitbull. Ich habe mich jetzt festgebissen. Und ja, dann war es. Purer Verrat. Ich finde es ja ziemlich geil, dass der Alex einen neuen Feind hat, um ehrlich zu sein. Ja, aber entweder sie ist eine Feindin oder nicht. Verstehst du? Jetzt dich für morgen mit ihr verabreden und quatschen ist nicht so gradlinig, ne? Du bist null gradlinig. Ich bin 100% gradlinig. Das heißt nicht, warte, lass mich kurz aufreden. Gratlinig heißt nicht meinungssteig sein. Alex, du hast gerade wieder ihre Hand so genommen und so in ihre Hand runtergehauen, Alex. Warum machst du das? Weil ich gerade reden möchte. Ja, aber dann hast du doch nicht deine Frau so zu sagen, bis sie still sein soll. Doch klar, also wenn sie die Fresse halten soll, dann wird ihr das signalisiert. Verstehst du? Das ist so. Was willst du denn da jetzt von hinten? So, ich gehe schon seit eineinhalb Jahren mit ihr um und sie hält die Fresse und ist bei mir. Ja, also wenn sie die Fresse halten soll, dann kriegt sie halt mal, das ist ja auch ein Stupser dann wahrscheinlich von ihm. Er hat wahrscheinlich so viele Hundetraining-Videos gesehen, wo die Hunde dann gekniffen werden. Es gibt ja auch solche Hundetrainer, ne? Da wird mal an den Haaren gezogen oder so. Nicht nach dem Belohnungssystem, sondern halt so nach dem Schocksystem, ne? Gibt es mal eine Ohrfeige oder so, die soll wissen, dass er jetzt reden möchte. Versteht ihr? Also nicht, dass jetzt jemand denkt, dass das mal eine bevorzugte Hundetrainingsvariante ist, ne? Ich finde die Belohnungsvariante gut, wenn der Hund ein Leckerli bekommt. Aber es gibt ja auch einige, die sagen, ich habe das mal irgendwo gesehen, so Kneifen oder so soll gut sein. Ja, kann man nur hoffen, dass er auch mal so gerüttelt wird und so, wenn man ihm sagen will, dass er die Fresse halten soll. Ach komm, jetzt hört doch auf, das ist alles lächerlich. Das ist nicht okay. Das ist doch alles lächerlich hier in Deutschland, dass ihr immer so respektvoll seid und so. Ich komme aus Serbien. Meine Eltern wurden noch gepeitscht in der Schule. Also meine Oma hat mir das wirklich erzählt. Die haben wirklich mit so einem Stock, mit so einem Bambusstock auf die Hände bekommen. Und deswegen lebe ich das natürlich auch in meinen Partnerschaften. Wenn mein Partner nicht zuhört, dann haue ich ihm halt so einen Becher gegen den Kopf, weil ich ihm sagen möchte, ich rede jetzt. Verstehst du? Du machst jetzt den Schweigefuchs. Bäm! Und das finde ich halt auch krass, dieses Suchen jetzt. Ja gut, bei ihm braucht man gar nicht so viel zu suchen. Vorher war das Staatsfalt Nummer 1 und jetzt auf einmal wollt ihr miteinander reden. Wer hat sich die Hand gegeben? Haben wir uns die Hand gegeben? Ihr wolltet ein Gespräch auf einmal. Wir haben uns die Hand gegeben? Und auf einmal könnt ihr wieder miteinander reden. Das ist für mich nicht gar nicht. Tut mir leid. Also ich habe euren Outlook-Kalender gecheckt und habe gesehen, dass ihr morgen ein Lunchdate habt. Das reicht mir. Hat der Junge kein Stolz und keine Ehre? Nee, hat er nicht, aber du auch nicht. Alter, heftig. Das hat nichts mit heftig zu tun. Das hat nichts mit gerade nicht zu tun. Da haben sich zwei getroffen, ne? Testosteron on fire. Warum guckst du mich jetzt so aggressiv an? Ich höre es dir. Auf einem fairen Kampf. Ach, jetzt auf einmal. Jetzt auf einmal. Nein, nein, nein. Bietet so Gott, dass ich verliere. Meinst du, ich habe Angst vor dir? Die würde ich gerne beim Promiboxen sehen. Kommen die da nicht sogar hin? Gab es da nicht irgendeine Werbung? Die sollen sich mal die Kappe einschlagen, ne? Die süßen Mäuse. Also nicht wegen mir. Ich stehe überhaupt nicht auf Schläge, ne? Nirgendwo. Auch nicht im Bett. Weil selbst das finde ich sehr, sehr krank. Müsste man sich mal Gedanken machen, warum man drauf steht. Aber krank im Sinne von heilbar, ne? Würde ich mal sagen. Krank ist ja nicht schlimm. Hauptsache man tut was dagegen, ne? Aber wegen denen. Ich glaube, das wird denen viel geben. So ein Pfeilchen oder so, so eine angebrochene Nase. Das wird den Jungs mal so richtig einen Adrenalinschub geben, ne? Genau. Und dann würde ich sagen, danke für eure Aufmerksamkeit. Das ist wieder ein super langes Video. Kisses, kisses. Bye. Was sagt ihr zu dem ganzen Scheiß hier?